Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der fünften Staffel einer Serie, die offensichtlich schon fünf Staffeln hat und eigentlich auch ganz schön bekannt ist und eigentlich ist es jetzt genau unsere Besprechung, die die Welt noch gebraucht hat, denn noch niemand hat sich aktuell zu Black Mirror geäußert in der Form, wie wir das heute tun werden. Und wir sind drei Kollegen vom Tele-Stammtisch. Einer davon bin ich. Hallo, ich bin der Andi und ich begrüße herzlich neben mir, aber doch ein bisschen weiter weg, den Dom. Moinsen. Hi. Guten Tag. Der dritte junge Mann in der Runde ist jemand, der hier vielleicht wirklich noch als junger Mann durchgeht. Moin Patrick. Ich bin älter als du, aber ja klar, hi. Aber gefühlt. Ja, so viel Ehrlichkeit am Anfang ist direkt entwaffnend. Schon im Vorgespräch habe ich gemerkt, dass ihr jede Menge Zeug guckt und das wissen so ziemlich alle da draußen. Und das mal so als kleiner Disclaimer, bevor wir hier in die Folgen gehen. Der eigentliche Plan für diese Besprechung, der ja dann letztlich auch bloß drei Folgen, die jetzt in der fünften Staffel erschienen sind, ist es nicht unbedingt jetzt jeden einzelnen inhaltlichen Punkt zu besprechen, aber vermutlich werden wir das trotzdem tun, sondern wir gucken mal so ein bisschen, was uns diese Folgen so für weitere vielleicht Meta-Gedankengänge entlocken und ob die das überhaupt geschafft haben. Jo, sag mal Dom, wie sieht denn das eigentlich bei dir aus, ne? Black Mirror ist ja eine Serie, also ich finde, das ist was Besonderes. Wie siehst du das denn? Definitiv. Man muss ja dazu sagen, dass das ursprünglich eine britische Science-Fiction-Serie ist. Und also die, die wurde irgendwann, ich glaube, ab der dritten Staffel wurde sie dann von Netflix übernommen. Die lief ursprünglich auf, ich weiß gar nicht, Sci-Fi? Ich bin mir definitiv eine besondere Serie. Also, dass du, du hast insbesondere jetzt bei dieser Staffel oder auch schon seit die Serie zu Netflix gewandert ist, hast du schon einen höheren Production-Value, als du den am Anfang hattest. Das war ja am Anfang eine relativ kleine britische Serie und die ist jetzt schon gewachsen, sage ich mal. Und man hat ja mittlerweile jetzt auch einige Stars verpflichtet. Sagen wir, seitdem es amerikanisiert ist einfach. Ja, obwohl man das ja bei dieser Staffel nur bedingt sagen kann. Ja, aber seitdem da Bryce Dallas Howard und andere Hollywood-Größen mitwirken, ist es schon ein wenig von dem Muster herausgebrochen. Ja, das stimmt schon. Also, ich habe die durch Zufall tatsächlich entdeckt. Ich habe sie aus irgendeinem Grund irgendwie verwechselt mit Orphan Black, das weiß ich noch. Und ja, keine klang für mich beides irgendwie so ähnlich. Und dann hatte ich in der IMDb geguckt und dann hatte ich eine recht lange Zugfahrt vor mir, habe mir das aufs Tablet gezogen, mir die ersten Folgen angesehen und war wirklich völlig geflasht von der ersten Staffel. Also, die erste Folge ist ja schon die, wo es darum geht, dass die britische Prinzessin entführt wird und dass der Premierminister erpresst wird. Also, damit sie wieder freigelassen wird, muss er vor laufender Kamera mit einem Schwein Sodomie vollziehen. Und ja, das ist jetzt allerdings natürlich dann, also um das kurz aufzuklären, wer jetzt Black Mirror vielleicht nicht kennt, Black Mirror ist so eine Art Twilight Zone für die Twitter-Generation tatsächlich. Also, es sind immer abgeschlossene Geschichten. Es geht immer um den Mensch und Technik und wie das den Alltag und den Menschen etc. verändert. Und es ist eigentlich immer sehr dystopisch und auch utopisch. Ja, Black Mirror steht eben für den schwarzen Bildschirm, wenn die Geräte ausgeschalten sind. Eine Anthologie-Serie, genau. Ich habe die Stars erwähnt, die hier immer eine Rolle spielen. Und das sind tatsächlich schon einige Stars, die sich da blicken lassen. Jetzt gerade in den aktuellen drei Folgen, in der ersten und der dritten Folge sind wirklich ja echte Stars, die man auch aus großen Blockbustern kennt, zu sehen. Oder eben Musikstars, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und ich finde aber ganz ehrlich, Black Mirror ist für mich vor allem auch eine Serie, die jetzt von der Dystopie und der Technik mal abgesehen, immer irgendwie noch Anlass gab, ein Stück weiter darüber nachzudenken, ja. Die mit irgendwelchen wirklichen Besonderheiten aufgetischt hat und eben nicht nur ein cooles Twilight war, nicht Twilight, Entschuldigung, was ist das? Twilight Zone noch. Oder eben, also so, oder einfach nur mal einen coolen Matrix-Aspekt drin hatte. Die hat für mich immer noch so Ansätze gehabt, weitere Gedankengänge zu haben, ja. Und sei es nur, dass sie neue technische Mittel versucht. Wir hatten zuletzt, das haben wir hier übrigens auch beim Tele-Stammtisch besprochen, mit dem Danny zusammen uns Bandersnatch angeguckt, einem, ja, Netflix-Film, glaube ich auch, geht eine Stunde oder ein bisschen länger, je nachdem, was man draußen macht, wo man verhältnismäßig interaktiv in die Handlung eingreifen konnte, was dann in der Größenordnung vor allem und auch auf der Plattform schon eine Besonderheit und vor allem eine Neuigkeit, ein Novum darstellte. Und so waren das für mich vor allem, ist es für mich eine Serie, die auch wirklich coole Ideen hat, die mir relativ aktuelle Techniken, das hat man alles schon mal irgendwie gehört, es geht sehr häufig um Virtual Reality, es geht um dystopische KI, es geht um irgendwelche geilen Roboter, es geht um vielleicht medizinischen Fortschritt, also Dinge, die man alle, wenn man so ein bisschen drin ist in so dieser, sag ich mal, Technik-Szene, irgendwo gehört hat und wo man selber auch eine Vorstellung davon hat, worum es gehen könnte und das quasi Level Up, 2.0, 3.0 in der coolen Fassung, aber irgendwie noch down to earth, wo man halt irgendwie noch versucht, also man kann das irgendwie noch nachvollziehen, was da passiert und geht dann quasi Schritte weiter diese Serie oder die Autoren, zumindest in meiner Wahrnehmung, wo man denkt, okay, das Problem, was die hier gerade behandeln, das ist irgendwie nachvollziehbar. Es ist echt möglich, dass das mal in der Form zu einem Problem wird. Das war so meine Wahrnehmung von Black Mirror. Es gibt da übrigens noch eine andere Anthologie-Serie, die ziemlich genau auch dasselbe macht auf Amazon. Electric Dreams, von der habe ich, glaube ich, mal ein, zwei Folgen gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die geschaut habt. Das ist diese Philip K. Dick-Serie, ne? Ja. Ja, aber die war relativ handzahm, die tat nicht weh, die ist an dir vorbeigerieselt und war trotz der Star-Besetzung einfach nichts Besonderes. Ich weiß nur noch, dass HBO irgendwie mal sowas angeleiert hat mit Room 105 oder so ähnlich, aber ob das jetzt schon erschienen ist, bin ich mir noch nicht sicher. Ja, doch, das ist auch auf Sky erschienen. Ah, okay. Das war wohl dann relativ untergegangen, ne? Wobei ich feststelle, dass viele Black Mirror tatsächlich auch nicht kennen. Also jetzt durch Netflix ist es natürlich dann schon ein bisschen populärer geworden und dadurch vielleicht dann auch an manchen Stellen vielleicht ein bisschen maßentauglicher. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber ansonsten, es ist schon eine sehr außergewöhnliche Serie. Und das Tolle ist ja, es sind abgeschlossene Geschichten, aber es gibt trotzdem so immer mal gewisse Verbindungen unter dem Ganzen, woraus man schließen kann, dass gewisse Sachen vielleicht im selben Universum spielen. Genau. Und ich fand eben das Besondere an Black Mirror, dass es am Anfang wirklich britisches Fernsehen war. Also die haben da komplett auf die Konvention geschissen. Wenn eine Folge ein Material für 80 Minuten war, dann ging die Folge eben 80 Minuten. Wenn sie nur 40 Minuten gefüllt hat, dann ging das eben nur so lange. Und die hatten auch nie feste Erscheinungsweisen oder hat sie bis heute nicht. Die hauen diese Staffeln meistens so raus, dass du erst ein, zwei Monate vorher Bescheid weißt. Also du fieberst da nicht monatelang danach, sondern du guckst das einfach, wenn es da ist. Ja. Also doch irgendwie relativ anarchisch. Die wagen sich was. Natürlich bieten sich ja Netflix, insbesondere also im Streaming-Plattformen, durchaus an, sowas auch mal zu wagen und zu versuchen. Und jetzt ist es ja so, dass wenn man mal Black Mirror googelt und schaut, was da aktuell für News zur fünften Staffel einprasseln, dass da dann auch sowas steht wie, ich lese mal vor, Enttäuschung Doppelpunkt. Was ist nur aus der Serie Black Mirror geworden? Fragezeichen. Oder, was haben wir hier noch? Das war auch ganz nett. Black Mirror regt uns in den neuen Folgen nicht mehr zum Nachdenken an und parodiert sich selbst. Oh ja. Also wirklich so, das ist, teilweise sind das tatsächlich Gedankengänge. Exakt, genau. Ja, und also eher ein generell negatives Feedback, das ich jetzt so wahrnehme. Ja. Und das ist jetzt schon wieder so ein Callback. Irgendwie sitzen Dominik und ich meistens hier, wenn es umstritten ist oder, ja, oder wenn es zerrissen wird. Also meistens sitzen wir da dran und besprechen das dann. Ja, warum nicht? Ja. Ich finde es grundsätzlich immer interessant, wenn irgendwas polarisiert. Also es kommt natürlich immer darauf an, worum es geht. Aber ich frage mich dann natürlich immer schon, was steckt dahinter? Und hier, ja gut, ja, gucke ich es ja so oder so. Also Black Mirror ist bei mir Pflichtprogramm tatsächlich. Ja. Und bingst du das, dann bingst ihr beide das dann so richtig weg, weil ihr einfach nur mega geil findet und es total schön ist? Oder macht ihr dadurch auch dazwischen auch mal so ein bisschen Päuschen und denkt da nochmal einen Moment drüber nach, über das, was ihr da gesehen habt? Also ich denke definitiv drüber nach. Ich finde auch gar nicht mal unbedingt, dass die Serie sich zum Bingen eignet. Und das braucht man ja auch gar nicht, weil es sind ja losgelöste Spielfilme so gesehen. Ich habe jetzt allerdings bei dieser Staffel doch alles relativ straight hintereinander gesehen, muss ich zugeben. Bei den anderen eher nicht so. Ich bin sogar gerade echt am überlegen. Ich glaube, ich habe zwei Folgen von Staffel 4 sogar gar nicht gesehen oder muss sie nochmal sehen, keine Ahnung. Aber sonst, ja, also ich denke da definitiv drüber nach und es steckt auch in dieser Staffel durchaus was drin, auch wenn diese Staffel schon etwas anders ist, sage ich mal. Ich kann dazu sagen, also in den ersten Staffeln, da war das teilweise ja so depressiv, man konnte das gar nicht durchbingen, weil man musste das teilweise erst mal sacken lassen. Diese Staffel war mit am seichtesten. Das konnte man noch am ehesten durchsuchten, so gesehen. Ja, sehe ich auch so. Was war denn, wenn ihr jetzt den direkten Vergleich zu diesen anderen Staffeln ziehen wollt, der größte Unterschied? Du hattest da gerade was von gesprochen. Dom, was genau meinst du damit eigentlich? Die anderen Staffeln sind deutlich provokativer und wagemutiger. Also es gibt wirklich sehr schräges Zeug in dieser Serie. Und das Interessante ist auch, wie sie mit den Genres spielt. Man kann sie auch gar nicht mal unbedingt als Science-Fiction-Serie bezeichnen. Und ich denke mal, dass manche, die jetzt auch zu der Serie gekommen sind, jetzt zum Beispiel erst bei der fünften Staffel, dass die sich zum Beispiel bei Folge 2 gefragt haben, ja was soll das Science-Fiction sein? Und dann haben ja auch welche gesagt, oh, das ist nicht mehr Black Mirror. Aber man darf nicht vergessen, die allererste Folge Black Mirror, ich habe ja gerade erzählt, worum es ging, von wegen Premierminister. Da ist ja auch nicht viel Science-Fiction. Es geht ja auch um Medien und den Umgang mit Medien und wie das den Menschen verändert, etc. Und du hast auch den Production Value angesprochen, der jetzt verstärkt rauskommt. Und gerade bei Folge 2 kann man ja schon mal vorwegnehmen, sieht man viele, viele Parallelen beziehungsweise Rip-Offs von Netflix und Facebook und Twitter und whatever. Also Rip-Offs, damit sich da auch keiner angegriffen fühlt. Früher hätten sie das dann konsequent Facebook sein lassen. Okay, also jetzt das Geld da plötzlich, da ein Interface zu erstellen, das nur für die Folge genutzt wird. Okay. Jo, okay, da haben wir glaube ich einen guten Einstieg dazu, wie uns so, was unsere Meinung einfach dazu ist. Und wie gesagt, ich würde jetzt hier gerne mal ansetzen bei den einzelnen Folgen, gerne auch in der Reihenfolge ihrer Nummerierung, wenn man so will. Und ich wiederhole es jetzt einfach mal raus. Ich finde auch in der Reihenfolge, nämlich 1 bis 3, sie beginnen mit der Besten. Ja. Ich finde, die erste Folge ist die beste von allen dreien. Und das muss man aber auch sagen, das ist schon wieder so, also meine Skala, die ich insgesamt verhältnismäßig negativ aussehen wird, ist doch immer noch in dem Black-Mirror-Spektrum zu sehen. Also das ist immer noch gut, immer noch ansehbar. Selbst die schlechteste von allen Folgen ist unterhaltsamer als vieles, was man sich sonst so auf Netflix und Co. angucken kann, finde ich persönlich. Also wir werden wieder auf einem sehr hohen Niveau meckern, kann man jetzt schon mal sagen. Ja, besonders finde ich auch bei dieser Staffel. Und die, so wie die jetzt gerade rezipiert wird, das zeigt mir wieder irgendwie, dass viele so das Verhältnis verloren haben zu meckern auf hohem Niveau. Oder einfach gerade verlieren. Oder dass sie es nicht verstanden haben. Oder dass, ja, obwohl jetzt eigentlich das hier nicht sonderlich missverstanden werden kann. Eigentlich nicht. Ist eigentlich sogar eine relativ geradlinig erzählte Geschichte, die aber sehr interessante Aspekte aufgeworfen hat, wie ich finde. Und es war eine nette Spiegelung zu San Junipero. Das hat ja auch am Anfang in der Kneipe angefangen und es hat sich so ein bisschen da auch gespiegelt. Ja, San Junipero wird auch in dieser Staffel sogar referiert. Allerdings, glaube ich, eher dann in Folge 3, zu der wir dann, glaube ich, später kommen. Ich glaube, wir sollten erst mal ranführen, worum es überhaupt in Folge 1 geht, dieser Staffel. Ganz genau. Und weil ich nämlich ein alter Mann bin, wie ich vorhin festgestellt habe, der sehr viele Sachen sehr schnell vergisst, habe ich mir hier so Stichpunkte gemacht. Und es ist auch schon bezeichnend, dass die ersten Stichpunkte zur ersten Folge namens Striking Vipers, dass das wirklich einfach die meisten Stichpunkte sind. Und danach wird es deutlich weniger, weil es da wohl aus meiner Sicht nicht mehr so viel zu sagen gibt. Okay. Worum geht es? Also letztlich geht es im Mittelpunkt der Folge um Anthony Mackie. Der spielt, wie spielt der eigentlich? Gute Frage. Er spielt einen Familienvater, einen jungen Familienvater, der glücklich verheiratet ist und der hat ein Kind und alles ist cool und irgendwie feiert er seinen Geburtstag. Ich glaube, er wird 38 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, warum ich mir das gemerkt habe, aber er wird 38. Und plötzlich ist da dieser Moment, wo er sein bester Kumpel, glaube ich, eingeladen worden ist. Und den hat er jahrelang nicht gesehen von seiner Frau. Die hat ihn eingeladen, gespielt von, jetzt geht's los, Jaija Abdul Martin II. Ein Gesicht, das man auf jeden Fall auch kennt. Ja. Zum Beispiel aus Aquaman. Stimmt, genau. Das ist hier der Dingsbums. Da war er Black Mentor. Exakt. Passt ja. Black and Peele war jetzt auch drin, ne? Sehe ich gerade. Ja, sehe ich auch, aber was hat der bei Wir gemacht? Habt ihr noch gesehen? Keine Ahnung, ich hab Wir nicht gesehen. Äh, ne, der war bei Get Out, nicht bei Wir. Oder? Hier steht Wir. Da steht Wir. Okay. Okay. Haben wir das geklärt. Also war vermutlich nicht so, war bestimmt einer der unzähligen Zombies, die da rumläuft. Ja. Ja, genau. Ich mein, ich saß da mit dem Andi gemeinsam im Kino und wir kamen da beide ein bisschen ernüchtert raus. Okay. Ja. Naja, eben. Also er war nicht der Hauptdarsteller. So viel wissen wir. Ja. So, sehr schön. Also letztlich sind das die beiden wichtigsten Personen, die man hier erwähnt hat. Da gibt's wie gesagt noch die Ehefrau und da gibt's noch weitere Figuren, aber um die geht's. Und ähm, ich werde gleich auf die ganzen Punkte zu sprechen kommen, aber den Inhalt will ich hier schon noch zusammenfassen. Ich versuch das jetzt einfach mal. Also, der hat diesen Kumpel am Start. Der ist wieder da. Guter Kumpel. Ähm, der schenkt ihm was. Der hat das Geld in der Tasche, wie es aussieht. Und der schenkt ihm ein Computerspiel, dass er, ähm, in der Virtual Reality spielen kann. Die haben nämlich vor vielen Jahren, die Folge beginnt noch ein paar Jahre in der Vergangenheit, in der WG gewohnt, zusammen mit seiner jetzigen Frau. Und da haben die ihm gezockt, so ein Fighting Game, sowas wie Tekken oder Street Fighter. Die Parallelen sind sehr offensichtlich. Und haben die Jahre, also wirklich viel gespielt. Und wie man das in so WGs macht, da wird gezockt, da wird natürlich auch ein bisschen was geraucht und Bierchen getrunken. Und das macht echt einen fluffigen, entspannten Eindruck. Die Jungs haben sich echt gern und zocken halt dieses Spiel. Und die Jahre vergehen. Man zockt vielleicht nicht mehr aus solchen Bildschirmen. Generell zockt man vielleicht auch nicht mehr so viel. Ähm, die von Anthony Mackie gespielte Figur zockt eher inzwischen so ein lustiges Neon-Tetris. Eher so ein bisschen runtergefahrenen Action, würde ich sagen. Sowas wie, wenn der Papa abends nochmal eine Runde Sims spielen will oder so. Weißt du, ich glaube, so muss man das einordnen. Und jetzt gibt's ja diese super coole Virtual Reality-Geschichte. Und das ist nicht etwa, sich die dicke Monsterbrille aufs Gesicht setzen, sondern einfach nur so ein geiler Chip, der an die Schläfe kommt. Den haben wir auch schon hier und da in anderen Folgen von Black Mirror gesehen. Also wer schon Virtual Reality-Folgen gesehen hatte, mit eben mehr so einem Adapter, der einfach nur an die Schläfe geklebt wird. Genau das Ding sehen wir ja auch nochmal. Ich glaub, das war in Staffel 3 Playtest, ne? Wenn ich mich jetzt nicht... Ja, da auch. Und bei San Junipero war das auch. Genau. Und das mit der Viper, das ist ja schon mal direkt wieder eine Anspielung auf Bender Snatch. Da hieß die Firma ja auch irgendwas mit einer Schlange im Namen. Stimmt, ja. Also kann das sogar diese Firma sein, die dieses Bender Snatch-Game programmiert hat. Ja, das ist halt wieder typische Black Mirror-Querverbindung. Ich bin geflasht, Lungs. Ich bin echt... Aber eigentlich geht's ja dann erst los in der Folge, denn das eigentlich Spannende ist, was passiert in dieser Virtual Reality. Und der eine spielt halt eben einen geilen asiatischen Kämpfer und der andere spielt eine geile asiatische Kämpferin. Und dann wollen die so aufeinander los und boxen sich und treten sich und plötzlich merken die, oh fuck, wir sind ja ganz schön geil. Ja, und das ganz schön geil ist in dem Zusammenhang wirklich das Ganze, was dann animiert letztlich. Und die beiden Figuren im Spiel und letztlich eben auch die Spieler entdecken ein sexuelles Interesse aneinander. Und damit haben die beiden Jungs im echten Leben nicht gerechnet. Und diese eine Frau, die wird gespielt von Pam Clemente, das ist Mantis aus Guardians of the Galaxy 2. Also die mit den Kühlern. Wow. Also haben wir schon wieder Marvel. Ja. Sehr, sehr geil, dass hier Forken in der Gestalt eines Asiaten Mantis verprügelt. Genau. Also Black Manta und Mantis, Manta Manta. Ja. Er schließt sich ein Kreis nach dem anderen. Ja. Ja. Das ist schon ein bisschen faszinierend. Ich erzähle mal eine Geschichte aus meinem Bekanntenkreis, ohne Namen zu nennen. Und zwar war ich auf einem längeren Wochenende mit ganz vielen Leuten, ganz viele junge Familien und dann sitzt man da so abends, wenn die Kinder im Bettchen liegen, sitzen alle am Lagerfeuer oder an dem Tisch und lütten sich mal so richtig schön zu. Ich war halt eben dabei. Und plötzlich erzählt der eine Kumpel, der dem Alkohol nicht so zugeneigt ist, sondern eher dem Dope, was er so für Erfahrungen mit der Virtual Reality und seiner Hand gesammelt hat. Und ich persönlich fand das vor allem erstmal klar ein bisschen abschreckend, aber letztlich faszinierend, weil es ja irgendwie dann nur der logische Schritt ist, wie das mit der Selbstbefriedigung vielleicht irgendwie auch mal weitergehen kann. Ja. Also man kann sich sicherlich vorstellen, dass so ein 3D-Porno jetzt nichts ist, dass man schwer rankommt. Ganz im Gegenteil, wenn so eine Brille zu Hause hat, der muss glaube ich einfach mal so ein bisschen sein Hirn und das Internet benutzen und dann ist man da recht fix bei so einer 3D-Porno-Erfahrung. Und das ist halt schon einfach mal, also nicht total abwegig, was hier bei der Folge Striking Vipers erzählt wird. Ganz im Gegenteil, auf kurz oder lang und vorausgesetzt, dass mit diesem ganzen, sag ich mal, der neurale Zugang zum Hirn ist dann irgendwann in irgendeiner Form so interaktiv und überhaupt realistisch möglich, wie hier dargestellt, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da irgendwann Leute gibt, die sexuelle Befriedigung in diesen, ja, virtuellen Realitäten suchen, wo es ja auch eine echte Interaktion gibt. Könnt ihr euch das auch vorstellen oder haltet ihr das für abwegig? Auf lange Sicht schon. Ich könnte da jetzt sogar eine nette Anekdote liefern. Bei der Serie The Orville wurde das komplett auf die Spitze getrieben. Da haben sie, da hat Seth MacFarlane einen Porno mit dem Holodeck simuliert. Okay. Das war in der zweiten Staffel. Okay, gut. Ich kann mich an eine Folge erinnern bei Deep Space Nine, wo der Ferengi irgendeinem Gast anbietet, er könne jetzt hier in die Holokammer gehen, da auch so ein Sexerlebnis buchen und zwar mit einer der anderen Protagonistinnen, hier mit dieser geriffelten Nase. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Also letztlich, das habe ich bei Star Trek auch schon gesehen. Die Idee dazu gab es da auch schon. Hieß der nicht Tubok? Nee. Das ist Tubok. Tubok ist ein Bier, oder? Knapp daneben. Ja, der Witz musste kommen. Alles klar. Also ich sage nur, die Idee Virtual Reality Sex ist jetzt nicht so abwegig, ne? Die gab es schon mal. Es ist eigentlich eine konsequente Entwicklung, wenn du siehst, wohin es geht. Ja, und du hast hier sogar ein Stück weit eigentlich so diesen, ich meine Open World Games sind ja auch gerade auf dem Vormarsch immer mehr. Und diesen Aspekt hast du hier insofern drin, dass, naja, das ist ja eigentlich ein Brawler-Spiel, in dem sie sich da treffen. Und letzten Endes machen sie dann aber da eigentlich, was sie wollen. Also das scheint auch ein völlig rechtsfreier Raum zu sein, was so ein bisschen schwierig ist tatsächlich von der Darstellung her bei dieser Folge. Ja, du merkst am Anfang, wie er so rumhüpft. Ja, mein Knie schmerzt nicht mehr und dann fallen sie auf einmal übereinander her. Das ist ja nun, wie ich gerade meinte, jetzt erstmal nichts Besonderes, dass man, okay, Virtual Reality habe ich jetzt x-mal schon gesehen, auch bei Black Mirror. Und ja, okay, da gibt es vielleicht auch Leute, die sich der sexuelle Befriedigung besorgen. Ich sage mal, keine Ahnung, früher war das bei Second Life oder sowas ja irgendwie auch alles schon Thema. Besonders ist es hier an der Folge, und das ist der Clou an der ganzen Geschichte, der Spin, dass hier die quasi Online, also die Figur, die Frau eben gespielt wird von einem Mann, der jetzt plötzlich den Orgasmus zum Beispiel auch aus Sicht einer Frau kennenlernt, was er vorher auch nicht kannte. Und dass dann quasi auf der anderen Seite eben auch ein Mann ist, mit dem er sich einlässt, aber in dem Körper einer Frau. Und das gibt natürlich ganz neue interessante Aspekte und Facetten von sexueller Orientierung, von wie fühle ich mich vielleicht im anderen Geschlecht. Im Laufe der Folge ist es dann zum Beispiel so, dass der Mann, der die Frau spielt, sagt, okay, er kann sich das gar nicht mehr anders vorstellen. Er hat, glaube ich, den Vergleich gebracht mit, der männliche Orgasmus ist ein richtig gutes Gitarrensolo und der weibliche Orgasmus ist ein ganzes Orchester, das spielt. Fand ich mega beeindruckend. Genau, dieselbe Melodie. Ja, genau, genau. Fand ich mega beeindruckend. Hätte ich gerade echt mal auch mal kurz ausprobiert. Aber weiß nicht, hab ich wieder weggekommen. Ja, keine Ahnung. Also das finde ich ja an dem so eigentlich faszinierend, so spannend. Dieser Wechsel eben, dieses Kennenlernen eben, unabhängig auch vom tatsächlichen Körper. Die beiden Jungs versuchen es ja dann auch im echten Leben, sich zumindest erstmal zu küssen oder so. Wollen, wie halt so richtig coole Dudes das so machen. Das sind ja richtig heterosexuelle Cis-Männer, ja, mit Kids und der eine reißt Frauen auf, der andere ist eben lange schon verheiratet und plant eigentlich sein zweites Kind und so. Und die sind aber offensichtlich offenkundig auch bereit, sich im echten Leben dann auch nochmal zu treffen und küssen sich eben auch mal und merken hier, nee, das ist es nicht. Das ist nicht der Weg, den wir einschlagen wollen. Da haben wir jetzt nicht so Bock drauf, da spüren wir nichts. Aber in der virtuellen Realität, da scheint es zu klappen. Das fand ich auch sehr stark tatsächlich an dieser Folge gegen Ende, weil es wäre sehr einfach gewesen zu sagen, weil sie haben dann ja auch, also das ist ja für sie letzten Endes so ein letzter Test so, also von wegen, wir küssen uns jetzt in der Realität und wenn wir dann dasselbe spüren, dann sind wir jetzt halt schwul. Und es heißt ja dann auch einmal in dem virtuellen Raum, heißt es ja auch einmal, dass es sich für sie eigentlich nicht schwul anfühlt. Ich finde es halt sehr gut, dass da nicht gesagt wird am Ende, ja, sie sind jetzt halt einfach schwul. Und ihr habt das genialste Zitat der Folge vergessen. Ich habe einen Polarbär gefickt und es hat sich nicht so angefühlt wie du. Also das war schon einer der besten Gags, den Black Mirror jemals gerissen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich muss zugeben, als ich die Folge beendet hatte, habe ich direkt gegoogelt, weil für mich ist das Ganze, also um das in allen Titeln zusammenzufassen, es ist praktisch die VR-Variante von Brokeback Mountain, diese Folge. Ist wirklich so. Ich habe dann auch direkt ein Meme gefunden auf Reddit, wo Jack Gyllenhaal einen ähnlichen Ausspruch macht und da ist dann halt dieser Satz mit dem Polarbär eingefügt. Finde ich echt total großartig und musste seit langem wirklich ein bisschen wieder lachen, wenn es um so einfach zum Beispiel solche Folgen wie hier eben bei Black Mirror geht. Habt ihr generell eine ganze Menge Sachen gesehen, also Gimmicks, Ideen, die mir in der Folge echt gut gefallen haben. Weil wenn wir das Metathema jetzt vielleicht nochmal kurz zurückstellen, weil ich weiß nicht, ob man sowas erschöpfend besprechen kann, außer dass es faszinierend ist und dass letztlich gerade eben diese, ja letztlich bringt es Virtual Reality ja einen neuen Ansatz da in die Wahrnehmung von Sex. Was ist da noch möglich? Ich meine, beschränken wir uns mal nicht nur auf die drei Geschlechter, beschränken wir uns mal auch nicht nur auf die Spezies Mensch und auch viele weitere Optionen, die es da noch gibt. Also ich sehe da tatsächlich noch viel, viel Potenzial, weil der weibliche Orgasmus ist ja da auch nur reinprogrammiert und fühlt sich für den an wie so ein Orchester. Da stell dir vor, das wäre eben, keine Ahnung, meinetwegen eine Alien-Rasse, um es mal irgendwie neutral zu formulieren, die noch ganz viele neue Möglichkeiten bietet. Oder ich kann mir sehr absurde Geschichten auch vorstellen. Was heißt absurd? Was ist schon absurd in der Virtual Reality? Farben, die miteinander verschmelzen. Ich kann mir da echt einiges vorstellen und finde das irgendwie cool. Ich habe ein bisschen Bock drauf, wie ihr vielleicht merkt. Ich habe eine Menge Sachen noch in mir aufgeschrieben, wie gesagt, Schichtbook-Liste und so. Also erstmal richtig geil. Achtung, ihr Besteck ist falsch rum eingelegt. Es ist eine Gefahr. Bitte tun Sie die Messer mit der spitzen Seite nach unten in den Geschirrspieler. Das fand ich schon ein bisschen gut. Und die Klapphandys, ne? Aber Alter, genau das ist Punkt drei hier auf mir. Also die sind ja echt der Hammer, oder? So müssen Klapphandys aussehen. Ja, ja. Nicht der Quatsch von Samsung da gerade. Das hat ein Klapphandy zu sein, Mann. Oh, ja, ja. Aber das ist auch echt smart. Die sind klein, die sind flach, die haben halt doppelt Display von innen und außen. Klar, keine Ahnung, wie das mit dem Akku funktioniert, aber das ist voll smart. Und die sind nicht so klotzig. Fandet ihr es nicht ein bisschen seltsam, dass sie sich anscheinend SMS schreiben? Was hätte es eher eine Sprachnachricht erwartet, oder was? Naja, oder, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein WhatsApp-Pandant oder sowas. Das wirkte ein bisschen seltsam. Oder, aber das war es und keine Ahnung. Ich denke, die haben das einfach nur verfremdet. Ja, kann natürlich auch sein, aber in einer Szene sieht man ja, wie er irgendwie erst seine Kontakte anwählt und dann dem eine Nachricht schreibt. Also das sah mir eigentlich eher tatsächlich wirklich wie SMS aus. Und auch einmal sagt sie dann am Ende, ja, ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und ihn zum Essen eingeladen. Also jetzt Karl. Und ja, das wirkt auch so ein bisschen antiquiert tatsächlich aus heutiger Sicht. Guter Punkt, ja. Guter Punkt. Aber es ist durchaus auch interessant, wie diese Folge mit der Gaming-Industrie so ein bisschen auch kokettiert natürlich. Also wenn man sich das anguckt, das sind eigentlich alles so Sachen, die schon mal da waren, die sie da haben. Also Karl hat zum Beispiel in seiner Wohnung hat er so einen Pinball-Automaten, der zwar irgendwie hochmodern ist und letzten Endes eigentlich nur virtuell da ist, aber im Prinzip her dasselbe. Oder auch zum Beispiel das Tetris-Spiel von Anthony Mackie. Vielleicht wollen sie mit diesem Minimalismus darstellen, dass das gar nicht mal mehr so weit von unserer Realität entfernt ist. Ja, sie wollen aber auch aufzeigen, dass vieles sich einfach nur noch reproduziert, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Nur noch Sequels, keine neuen IPs und so. Man muss sich doch nur diese Striking Vipers ansehen. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, bei den alten Streetfighter-Games ist es so, dass du eigentlich, also weiß ich nicht, in den 80ern oder 90ern, da gab es ja noch keine Updates oder so oder irgendwelche Patches. Also hast du eigentlich immer dasselbe Spiel gekauft, nur mit neuen Charakteren. Und das ist ja dann auch hier, weil es wird ja kurz in der Rückblende gezeigt, dass sie irgendwie, ich schätze jetzt mal auf der Playstation oder so, weil das haben sie halt Striking Vipers gespielt. Und das ist jetzt einfach Striking Vipers X, noch mit denselben Charakteren und alles. Hätte nur noch gefehlt, dass da EA Sports oder so angeblendet wird, weil die sind die Meister da drin. Ja, aber X ist ein guter Punkt. Heißt es, ist Tekken X nicht irgendwie auch genau das? Stimmt, ja. Genau, Tekken X, glaube ich. Ja, es könnte auch, also es ist offensichtlich, ist das irgendwie eine Anspielung auf. Ich würde sagen sogar eher Tekken, weil da gibt es auch einen Eisbären. Ja, dann für den alten Mann sieht der Falcon-Darsteller gar nicht mal so alt aus, wollte ich nur mal gesagt haben. Also die schafft es einfach nicht, wie ein alter, gebrochener Mann auszusehen. Also das hätte mich auch ein bisschen überrascht. Ich glaube, das wäre nicht so gut für seinen Marktwert, wenn er auch mal alt und gebrochen aussehen kann. Den habe ich übrigens auch noch bei einem anderen Netflix-Film gesehen. Ich glaube, I.O. oder so hieß der, wo die, wo es keinen Sauerstoff mehr auf der Erde gibt und es sind noch eine Handvoll Menschen auf der Erde und so und da ist er einer von. Würde ich letztlich nicht unbedingt empfehlen. Kann man machen, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat. Ja, der schlägt auch gerade so ein bisschen Wurzeln bei Netflix. Schade eigentlich, muss er aufpassen. Der ist jetzt demnächst, glaube ich, auch der Hauptdarsteller in Altered Carbon demnächst. Zweite Staffel, oder was? Ja. Ja, ja, weil da wird dann ja auch der Körper gewechselt. Das passt dann. Also das hier ist eigentlich fast schon so eine Art Teaser dafür. Ja, und man kann auch sagen, wer jetzt Marvel's Endgame gesehen hat, der weiß, in welche Richtung er da filmmäßig noch einschlagen könnte. Ja, und es kommt ja diese Disney-Plus-Serie, ne? Falcon and Winter Soldier, soweit ich weiß. Genau. Okay, also er ist jetzt der Streaming-Schauspieler, weiß Bescheid. Aber war ja auch in diesem The Hate U GIF, glaube ich, dieses Jahr, ne? Ja, als der Bösewicht, ja. Stimmt, den habe ich sogar im Kino gesehen. Okay, danke für den Spoiler. Völlig richtig. Ist das ein Spoiler? Ja, na ja. Er spielt ja eben den Bandenboss, glaube ich, oder was, ne? Ja. Aber ich muss sagen, ich fand den in dem Marvel-Film eigentlich auch ziemlich sympathisch. Ja. Und er ist hier auch wirklich, er spielt einen sehr bodenständigen Typen, der aber so wirklich so die ganze Zeit mit sich am Ringen ist, ne? Aber ich fand das gerade erfrischend, dass wo sich dieses Drama angebahnt hat, dass man dann nicht zwei brüllende Männer hatte und übermäßig Drama, sondern dass das relativ bodenständig auch gehalten wurde und dass die sich ausgesprochen haben und nicht ausgebrüllt. Ja, irgendwie auch reif auch, ne? Das sind irgendwie reif. Also die sind, das sind keine Kids. Ja. Reif. Ja, das hat auch tatsächlich sehr gut funktioniert. So, weiter geht's in der Stichpunktliste. Es gibt nämlich noch eine Geschichte, die so, jetzt mal ernsthaft, stell dir mal vor, kommst du in dein Wohnzimmer und da liegt da so deine Frau oder dein Mann wie so ein Zombie mit weißen Augen, zurückgelehnt, vielleicht noch sabbert und im schlimmsten Fall mit einem richtig großen Schlong in der Hose. Ich will nur sagen, im Real Life sieht das mit der VR echt ein bisschen peinlich aus, ne? Du siehst die beiden so mit offen aufgerissenem Mund. Die haben doch voll, die haben Mundstarre, die haben Genickstarre, die haben Mundwüste vor allem. Das ist ja so richtig beneinswert ist es noch nicht, sag ich mal. Das ist fast schon die Elbband-Sitzpose, die die beiden eingenommen haben. Ja, stimmt. Ja, mich hat der Fakt ehrlich gesagt, dass Anthony Mackie dann einen Sohn hat, hat mich ehrlich gesagt gestört. Den hätte man in meinen Augen komplett rauscutten können, weil dadurch dann dieser vehemente Kinderwunsch von seiner Frau dann irgendwie noch so ein bisschen besser implementiert worden wäre in die Geschichte, wie ich finde. Und so wirkt er ein bisschen deplatziert, ja. Genau, so, so. Ja, eigentlich nur für diesen Schienbein-Gag da irgendwie von wegen, oh, der ist aufgewacht, der hat mir gegen Schienbein getreten, jetzt bin ich raus aus dem Spiel. Gut, vielleicht ist es aber auch ein bisschen aus Sicht eines Familienvaters gesprochen, ein Punkt, der zur Erdung führt. Warum sollte er letztlich nicht quasi 24-7 in der VR unterwegs sein und da sein Glück suchen? Warum wohl? Weil er eben im echten Leben noch ein Kind hat. So eine Frau, du liebst sie, aber da hast du eine andere Beziehung vielleicht zu, als zu einem eigenen Kind, für das du eine Verantwortung trägst, das dich braucht irgendwie auch. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach so ein Erdungsaspekt ist, der dann dabei ist. Ja, auf der anderen Seite, also als es ja darum geht, dass er das Ganze letzten Endes beenden möchte, sagt er dann, ja, ich muss ja an meine Frau denken. Aber von seinem Sohn ist irgendwie überhaupt keine Rede. Das ist sehr, das ist sehr komisch, also den Erdungsaspekt kann ich so unterschreiben, nur das hätte in meinen Augen halt auch nur mit der Frau funktioniert und hätten sie noch kein Kind gehabt, das, wie gesagt, das hätte dann, glaube ich, so diesen zentralen Konflikt zwischen ihm und seiner Frau eben, dass sie ein Kind will und dass er dann irgendwie überhaupt nicht mehr kann, sobald er da im VR-Chat rummacht, das hätte das noch besser zur Geltung gebracht, in meinen Augen. Das ist ein guter Punkt. Und eine Schwäche im Drehbuch und vielleicht ein genereller Vorwurf, den man an die Staffeln, an die Staffeln mal halten kann. Es gibt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und bei der zweiten Folge, auf die wir gleich zu sprechen kommen, habe ich das noch viel mehr. Es gibt so ein bisschen Logiklücken irgendwie. Okay. Und die Drehbücher schwanken auch ziemlich, das haben wir ja schon festgestellt. Das wundert einen natürlich schon, weil, was man kurz anmerken muss, Andi, weil du ja auch gerade meintest, die Autoren. Bei der Serie ist es tatsächlich wirklich nur ein Hauptautor, der für alles verantwortlich ist, nämlich Charlie Brooker. Und den kennt man noch aus Deadset. Ja, das... Also es war eine Zombie-Serie, wo die Zombies über das Big Brother Set hergefallen sind. Auch eine britische Serie. Kleine nette Empfehlung, falls ihr mal wieder den abgründigen Charlie Brooker haben wollt, schaut euch das an. Okay. Gut, sagte mir jetzt nichts, aber merke ich mir tatsächlich mal vor. Okay, alles ist einer Feder, inklusive Dialoge. Ja. Okay. Jo, was haben wir denn hier noch? Also, ich glaube, alles andere hat man erwähnt, vom gefickten Eisbären übers Club-Handy war da alles dabei, was ich auf meiner Liste habe. Ich weiß nicht, ob ihr eine Liste habt. Was ich cool fand noch, ich fand die, das werde ich jetzt aber nicht spoilern, ich fand die Lösung, die sie dann ganz am Ende eigentlich getroffen haben, die fand ich echt cool, die fand ich reif und die fand ich voll in Ordnung. Und die Folge hat für mich noch am ehesten von allen dreien so ein bisschen das repräsentiert, dass ich als Zuschauer, Anfang, Mitte 30, Technik interessiert, immer noch irgendwie neue Denkansätze für eventuell zukünftige technische Innovationen suche irgendwie ja auch, weil die Menschheit tendiert ja generell dazu, ihre Probleme mit Technik wegzumachen und letztlich erkenne ich da eine Tendenz, die auch in Black Mirror irgendwie wieder gespiegelt wird. Also ich sehe das hier noch am ehesten, Technik als Lösung eventueller Probleme, auch natürlich quellneuer, aber letztlich eben auch Lösungsansatz, sehe ich hier noch am ehesten, im Gegensatz vielleicht zu den anderen Folgen. Ich muss zugeben, da mache ich mich jetzt wahrscheinlich schon sehr unbeliebt mit, es gibt ja in der dritten Staffel, gibt es ja diese Folge San Junipero über ein lesbisches Liebespärchen. Ich bin einer der wenigen, der diese Folge nicht so wirklich mochte und ich finde, dass die hier tatsächlich das bessere Gegengewicht ist. Also die ist auch sehr natürlich auf den Diversity-Aspekt irgendwie getrimmt, allein schon, dass es halt zwei schwarze Männer sind, was mich dann wiederum stört, dass sie, also es wäre doch zum Beispiel mal ganz cool gewesen, wenn er eine Mischehe eigentlich geführt hätte, also wenn er eine weiße Frau gehabt hätte. Das ist generell so, wenn du mal so guckst auf seiner Gartenparty, da am Anfang oder auch gegen Ende, da sind nur Schwarze. Also klar, du siehst im Hintergrund schon irgendwie Weiße, aber das ist halt wieder so ein, ja so eine mediale Ghettoisierung, sage ich mal, das stört mich tatsächlich an der Stelle. Aber ich finde, dass die Themen Technisierung und Sexualität hier irgendwie besser verbunden sind als bei San Junipero, wo ich wirklich den Eindruck hatte, dass man ja halt unbedingt eine queere Liebesgeschichte erzählen wollte. Ich kenne die Folge nicht. Ja, okay. Hatte das da dann so ein, war das so ein Vorschlaghammer, war das einfach nur irgend so ein Gimmick, um irgendeine Handlung zu erzählen oder war das essentiell für die Folge? Das war essentiell für die Folge. Ja, das war schon essentiell für die Folge, es wirkte aber irgendwie sehr aufgedrückt tatsächlich. Also das war auch in der ersten Staffel, die von Netflix war, also die dritte. Und man muss sagen, seit Netflix dazugekommen ist, also Netflix ist ja immer sehr erpichtert auf Diversität, muss man ja einfach sagen. Und hier hat es dann, was das angeht, für mich besser funktioniert. Also in der anderen Folge San Junipero, da sieht man halt eine lesbische Liebesgeschichte zwischen einer Schwarzen und einer Weißen. Das hättest du da lieber gesehen oder da fandest du es aufgesetzter und jetzt hättest es hier aber auch gewollt? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Du bist ja nicht ganz klar geworden, welchen Unterschied du da eigentlich möchtest. Ich fand es bei San Junipero deutlich aufgesetzter und hier war es sehr geerdet, auch wenn ich, wie gesagt, ich hätte es ganz toll gefunden, wenn er zum Beispiel eine weiße Frau gehabt hätte. Aber insgesamt ist das, ja, ich kann nur sagen, für mich ist Striking Vipers ist das, es ist Brockback Mountain VR, weil dieser virtuelle Raum, in den sie sich zurückziehen, das ist so gesehen eigentlich der Brockback Mountain. Also man merkt auch, dass es zu einem richtigen Suchtfaktor wird. Generell ist das eigentlich das Oberthema in meinen Augen von dieser Staffel Black Mirror Sucht und Abhängigkeit. Ich denke kurz drüber nach, Folge 2 auf jeden Fall, Folge 3, ja, zumindest spielt es eine Rolle vielleicht, ja. Ja. Okay. Ja gut, Folge 3 ist generell sehr schwierig. Aber tatsächlich kein Scheiß, 2, 4, 6, Punkt 7, in meinem Stichpunkt ist das Wort Sucht. Also, okay, ich stimme dir zu, dann stimmst du auf meinem Stichpunktzettel und dann ist es die Wahrheit. Der Stichpunktzettel ist Gesetz. Exakt. Ja, cool. Da haben wir, glaube ich, jetzt jede Menge Sachen schon dazu gesagt. Ich würde dir auch, weiß nicht, ob ich Punkte vergeben müssen, aber es wäre auf der, also wäre es einfach irgendein x-beliebiger Film oder eine x, also irgendein Film, Kurzfilm, wäre das irgendeine ganz gute Bewertung, weil es mal was Cooles ist mit VR, gut besetzt, gut gespielt, tolle Aufnahmen, generell Farben und Styling, Setting sind bei diesen Black Mirror Produktionen immer sehr hochwertig. Da wäre das ein guter Film, wirklich ja, aber wenn ich eben generell schon dieses Black Mirror habe und mich frage, wie lange ich jetzt noch darüber nachdenken muss, was mir hier gezeigt wird, dann sind es nicht die Schauspieler, dann ist es nicht der VR-Sex-Aspekt, dann ist es, wenn überhaupt, einzig und allein die Frage, wie funktioniert Sex im Kopf, kann der auch ohne Körper funktionieren und wie sehen dann eventuell neue Definitionen von sexueller Orientierung und Geschlechtern aus. Das ist das Einzige, was ich daraus vielleicht so an wirklich Denkanstößen mitnehmen würde. Das ist okay, aber da gibt es sicherlich noch ganz andere Geschichten, die man sich anschauen kann. Und so hätte ich jetzt eine Bewertung irgendwo so im Mittelfeld. Ja, also ich habe jetzt innerhalb des Black Mirror Kontextes drei von fünf Sternen mal so rausgeballert. Tendenziell eher mehr. Wie sieht das, Patrick, wie siehst denn du das so? Was ist denn da so deine Wahrnehmung? Ich sehe es ähnlich. Ich fand das eine schön unaufgeregte Folge, die den Kontext gut angefangen hat. Hört ihr mich noch? Okay, da war gerade eben so ein leichtes Rauschen. Das ist bestimmt mein Bier, das ist gerade meine Kehle. Ja, ich fand die Folge ziemlich, hatte interessante Ansätze, hat auch gut mit der elektronischen Technik gespielt. Ja, ich gebe den Ganzen auch drei Punkte mit Tendenz zu höheren, aber man hat bei Black Mirror eben auch Besseres gesehen. Wie gesagt, wir meckern jetzt auf einem hohen Niveau und wir haben eben auch bessere Folgen gesehen, die eine bessere Wertung verdient haben. Ja, dann fühlst du dich schon auch zu dem Fazit inspiriert oder möchtest du? Ja, ich wundere mich gerade ein bisschen, weil ich, normalerweise bin ich eigentlich der mit den eher strengen Wertungen. Ich fand diese Folge tatsächlich ziemlich stark und ich würde sogar auf vier von fünf gehen tatsächlich. Oh, top. Weil mich haben zwar gewisse Teilaspekte gestört, aber es war ein wahnsinnig intensiver Trip, wie ich fand. Und es war stark gespielt, auch ein relativ solides Drehbuch mit vielleicht kleinen Schwächen im Detail. Vor allem hat sich das Ganze wahnsinnig rund angefühlt für mich. Und ich könnte mir das tatsächlich auch wirklich als, also das ist mir generell so aufgefallen bei Black Mirror, so gewisse Folgen kannst du dir tatsächlich als Blaupausen für vollwertige Spielfilme vorstellen. Könnten halt gute Pitches sein für große Filme. Ist ja auch tatsächlich schon passiert. Es gab ja die, ähm, ja, ja, die, die, ähm, die dritte Folge der ersten Staffel, The Entire History of You, wo es darum geht, dass man mit den Augen alles aufzeichnen kann. Da hat sich Robert Downey Jr. ja die Filmrechte dran gesichert. Und das ist, interessanterweise ist das in meinen Augen eine der schwächeren Folgen. Ja, das ist einfach so, du kannst bei so vielen Black Mirror Folgen echt noch tagelang drüber nachdenken. Ja. Aber vielleicht ist er auch so, hat sich dann zur Vorbereitung auf Doctor Who, da war ja die weibliche Doctor Who, vielleicht hat er es deswegen spontan gesehen und dann gedacht, okay, cool, sicher ich mir. Wer weiß es schon. Sehr gut. Folge 2 trägt den spannenden Titel Smithereens und ich hab keine Ahnung, fällt eigentlich der Name Smithereens oder das Wort Smithereens, fällt das in der Folge mal? Ja. Natürlich. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. So heißt doch, äh, das Netzwerk, also das, die, die Social Media Plattform, um die sich alles dreht. Ähm, warte, wer ist Hitcher? Nee, Hitcher ist das Uber. Hitcher, genau. Genau, ja. Ah, stimmt, ich hab mal, arbeiten Sie bei Smithereen. Ja, ihr habt recht, ich hab mir die Frage aufgeschrieben, die ihr immer stellt. Ihr habt recht, ja. Vom Uber-Aspekt her ist es auch wirklich interessant, weil es ist ja auch eine Netflix-Serie, die ganz schön Werbung gemacht hat für Uber, ne? Hier, Love, wie ich das mal genannt habe. Ja. Die ist ja wirklich schon ein halber Werbespot für Uber. Nicht nur ein heiser. Genau, und Black Mirror ist ja interessanterweise eine der Netflix-Serien, die bislang von Product Placement relativ verschont blieb. Was ja eigentlich so gesehen konsequent ist, weil, ähm, naja, es ist ja schon eine relativ medien- und konsumkritische Serie, ne? Da wäre das halt sehr fehl am Platze. Und jetzt hat man das eben, dieses ganze Product Placement, beziehungsweise Fake-Product Placement. Ja, finde ich aber nicht schlimm tatsächlich. Nö. Weil es ist, also insbesondere hier ist es sehr realitätsnah, weil Uber ist ja schon auf dem Vormarsch, insbesondere in Ländern wie Großbritannien zum Beispiel. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir vielleicht mal versuchen zu erklären oder erzählen, worum es eigentlich bei Smithereens geht? Ähm, fühlt sich hier irgendwer berufen? Patrick? Noch wach? Ja, ja, ich, äh, ich lebe noch. Okay, Kurzfassung, wovon handelt Smithereens? Ich hab jetzt nicht mehr den Namen von dem Charakter, aber ich weiß, dass Andrew Scott, den wir noch als Moriarty kennen, von Sherlock. Chris, Chris Gilhani. Genau, Chris Gilhani. Gilhani. Der arbeitet für dieses Uber-mäßige Taxi-Unternehmen und er entführt dann einen reichen, farbigen von einer Firma, wo er sich dann eine Menge Lösegeld erhofft, quasi. Beziehungsweise er will dann mit den verantwortlichen CEO sprechen. Genau, ja, nee, um Löse, ja, gut, um Lösegeld geht's jetzt eigentlich nicht, aber ich glaub, da würden wir dann zu viel vorwegnehmen an der Stelle. Ja. Das ist so die Grundprämisse, genau. Und daraus entspinnt sich dann ein geileses Szenario. Ein geileses Szenario, bei dem viele dann auf ihre sozialen Medienplattformen starren und dabei sogar ein Stück weit die Polizei behindern. Ja, und vor allem ist es ja auch ein wirklich internationales Ding, also das nimmt ja recht schnell internationale Ausmaße an. Wir haben dann plötzlich das FBI, das ist beteiligt. Wir haben einen großen Medienkonzern, der beteiligt ist, wiederum mit verschiedenen Standorten. Alles wird ineinander geschnitten. Wir haben Freisprecheinrichtungen, wir haben natürlich Handys, wir haben Funk, wir haben Satellitentelefone. Parallel dann am Ende der Folge begleitet durch eine große Social-Media-Präsenz. Und das auf jeden Fall, und letztlich ist es einfach ein Thriller einfach, ja. Von der ersten Minute bis zur letzten ist es ein Thriller mit einer gewissen Spannung. Man hat mit diesem Typen auf der Rückbank, der da entführt worden ist, habe ich tatsächlich, und das ist nicht so oft der Fall, ich habe ein bisschen Angst um den. Ich finde, der kann ja nichts dafür, dass er da jetzt ist, wo er ist, und dass er so einen schicken Anzug tragen muss. Und das ist da vor allem, er wird ja für nichts verantwortlich gemacht, aber er wird halt eben letztlich instrumentalisiert und benutzt irgendwie auch. Und so ein bisschen habe ich Angst mit dem, obwohl ich zumindest im ersten Gedankengang diesen Chris, den Fahrer, den Entführer, schon nachvollziehen kann. Nur im ersten, im zweiten Gedankengang finde ich es extrem fatal, da müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber das ist so mein, was ich da wahrnehme. Und ich finde, das ist eine Serie, die ganz gut mit zum Beispiel auch Foreshadowing so ein bisschen gearbeitet hat. Die Szene, oder ganz zu Beginn der Folge, sehen wir ihn in einer Selbsthilfegruppe sitzen. So wie bei den anonymen Alkoholikern, nur dass hier offensichtlich Menschen gestorben sind, so viel weiß man. Und er sitzt da hier in einer Runde, wo eine Dame erzählt, dass sich ihre Tochter umgebracht hat. Und ja, die Dame lernt er dann besser kennen und die hat dann so keine großartige Rolle mehr in der Folge. Aber es ist recht klar, okay, er ist ja nicht ohne Grund auch in dieser Gruppe. Aber die Dame, da gibt es ja dann auch letzten Endes dann am Ende der Folge gibt es ja auch einen gewissen Zirkelschluss. Genau. Und es sagt ja auch durchaus was über seinen Charakter aus an der Stelle. Ja, der Charakter wird aber nie hinterm Berg gehalten. Also zu keinem Zeitpunkt glaube ich, dass er den Typen hinten wirklich erschießen will. Zu keinem Zeitpunkt glaube ich, dass er wirklich irgendwem das Böse will. Und trotzdem hattest du Angst um ihn. Ja, okay. Gut, ja, guter Punkt. Okay, aber... Also ich halte ihn nie für... Also... Der fühlt sich... Er ist so getrieben. Also ich kann seine Beweggründe... Also ich kann seine Beweggründe, kennt man ja erst ganz am Ende. Aber der ist irgendwie... Der tut nie so... Ich habe immer das Gefühl, er will das eigentlich gar nicht tun, was er da tut. Er muss das jetzt tun, um sein Ziel durchzusetzen. Und er will ja kein Geld. Ja, das fängt schon an. Er hat keinen persönlichen Vorteil offensichtlich im Kopf. Er will ja nur diesen Typen sprechen. Diesen Yoda Bill Gates. Nicht Yoga. Gespielt von Topher Grace. Und damit hätten wir den dritten Marvel-Darsteller. Wir erinnern uns noch an Venom aus Spider-Man 3. Oh ja, gut. Ob man sich an... Ja gut, ich glaube in erster Linie kennt man den aus die 70er, soweit ich weiß. Ja, ja. Hauptsächlich daher. Ja, und der ist ja auch eine etwas überzeichnete Figur. Das muss man schon sagen. Aber er hat sichtlich Spaß an seiner Rolle. Ja. Also Andrew Scott, muss man dazu sagen, trägt diese Folge für mich sehr stark. Tatsächlich. Also der macht die eigentlich schon sehenswert. Der ist ja durchaus bekannt auch für seine Ausraster. Auch schon in der Sherlock-Serie, wo er ja James Moriarty gespielt hat. Und seitdem ist er ja mehr oder weniger in aller Munde. Er war auch im letzten James Bond zu sehen. Ja, wo er komplett verschenkt war leider. Oh ja. Als so ein, ja, irgendwie... Das wollen wir jetzt nicht spoilern. Techno-Guy, ja. Ach, das ist aber kein Spoiler, ganz ehrlich. Also ich habe mit ihm tatsächlich auch mitgefiebert und fand es eine wahnsinnig intensive Leistung tatsächlich von ihm. Habe ich allerdings auch nicht anders erwartet, weil der ist ein Top-Schauspieler. Du hast mit beiden gefiebert, sowohl mit der Geisel als auch mit dem Geiselnehmer. Das kann man der Folge zugutehalten. Dass die beiden funktionieren und auch, dass das mit der Gesellschaftskritik ein Stück weit funktioniert. Für mich hätte es auch böser sein können und nicht ganz so mit den Vorschlag haben, wie es dann am Schluss kommt. Ja, das ist diskutabel tatsächlich. Was ich sehr erschreckend finde, dass hier vor allem rausgearbeitet wird, also die britische Polizei, die haben wir jetzt eigentlich schon erwähnt, dass er sich, also er entführt den in einem Auto und verschanzt sich mit dem dann mitten auf einem Feld und droht dann halt den zu erschießen. Und deshalb kommen sie halt nicht an ihn ran und versuchen dann halt Zeit zu schinden etc. Und dann setzen sie sich irgendwann dann doch in Verbindung mit diesen Smith-Soreen-Leuten in den USA. Und was ich persönlich ziemlich erschreckend fand, dass die mehr Infos hatten über den aus der Social-Media-Blase als eine staatliche Behörde wie die Polizei. Ist das wirklich erschreckend oder ist dir das eigentlich völlig klar, weil du auch schon mal im Internet warst und das irgendwo schon gelesen hast? Ist es wirklich überraschend? Jetzt mal ernsthaft. Es ist nicht direkt überraschend, aber es sagt halt viel aus über unsere heutige Zeit, wie ich finde. Ja. Es ist entlarvend, so kann man es sagen. Ja. Ich fand auch mit Topper Grace diese eine Stelle lustig, wo er mit dem dann doch verhandeln soll und dann kriegt er am Laptop so Hinweise, zeig Einfühlungsvermögen und er sagt das dann wie so ein Roboter. Ja, ich fühle mit dir. Und er dann so, ja, was sagt man, was soll denn jetzt der Scheiß? Ja, okay, okay. Das fand ich schon cool. Was man sagt, also gibt es so ein paar Sachen, also mehrere Sachen. Ich gehe mal direkt drauf ein. Zum einen gibt es den Moment, wo das Handy von Chris gehackt wird, wo man quasi aus Sicht, wo sowohl Polizei als auch FBI als eben auch diese Firma quasi mithören kann, was in dem Auto passiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Chris das auf dem Schirm hatte, dass ihm das passieren könnte, ob er damit sogar gerechnet und kalkuliert hat. Ich habe den Eindruck eher nicht gehabt. Und da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten, denn so quasi seine grundsätzliche Motivation, warum er tut, was er tut, basiert ja unter anderem darauf, dass er dieser Firma, dieses Smitherine, dass er denen Vorwürfe macht. Sie würden was tun, was ihn beeinflusst hat. Er hat was Dummes getan. Es ist ganz schlimm eskaliert. So, jetzt frage ich mich halt, der Typ ist laut Plot angeblich Lehrer für IT, Zitat Ende. Ja, also der hat an irgendeiner Schule ist der IT, also bitte. Das hat er schon mal gehört. Das muss eben auch klar sein. Warum macht er denen jetzt Vorwürfe? Also, das war für mich ein Logikloch. Das hätte er wissen können müssen, auch dass er, also ich hätte, ich kann auch nicht verstehen, warum er in dieser besonderen Situation nicht eher sich selbst oder, keine Ahnung, dem Autohersteller, also mit dem Auto, in dem er gefahren ist, oder dem Typen, der die Straße dahin gelegt hat, und die war an der Stelle halt, keine Ahnung, was auch immer, oder dem Straßenplaner. Da gibt es hundert andere Leute, denen ich eher einen Vorwurf machen würde, als dem Typen von Smitherine. Das fand ich schwierig, gerade für einen, auch diesen Aspekt mit dem, ja, da wird halt eben Abhängigkeit geschaffen, wir hatten das Thema Sucht vorhin angesprochen, und es geht unter anderem auch um Social Media und Abhängigkeit in Social Media, wie er das Ganze dann diesem einen Typen, dem ja offensichtlich Gründer von Smitherines, so vorwerfen kann, das ist halt, das ist halt nicht für weltfremd. Also das, das muss er doch schon mal ganz anders verarbeitet haben. Es, äh, ich glaub das nicht, dass der der Gründer von Smitherines war, es wurde, glaub ich, angedeutet, dass es ihm gehört, und das hatte dann natürlich auch so einen richtigen Mark Zuckerberg-Vibe, der jetzt zum Beispiel... Doch, 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 der hat gesagt, er hat das programmiert, und dann haben sie ihm das abgenommen, wo es so gut lief, und dann haben sie ihm gesagt, er muss Dopamin-Momente erzeugen, oder mehr Dopamin-Ausschüttung erzeugen. Stimmt, stimmt, ja, ja. Okay, weil er an irgendeiner Stelle sagt, seit 2008 gehört es mir, oder so ähnlich. Meine ich, hätte ich gehört. Könnte natürlich auch sein, dass er das dann halt weiterentwickelt hat. Es erinnert dann, also mich hat es persönlich so ein bisschen erinnert an Mark Zuckerberg und seine Übernahme von WhatsApp zum Beispiel. Also den, den Aufkauf. Und der erinnert ja schon sehr stark an Mark Zuckerberg zum Beispiel, ne. Da übrigens auch ein interessanter Zirkelschluss ist mir eben gerade zu Beginn unserer Besprechung aufgefallen, nämlich das Thema Meditation, das ich mir hier irgendwo notiert habe. Die Folge beginnt mit einer Audio-Meditation. Er sitzt im Auto, in seinem Uber-Auto, wartet auf seinen ersten Fahrgast und hört sich so eine Meditationsansage an. Und auch Billy Bauer, Chef dieser Firma, meditiert ja, hat ja so ein 7-Tage-Schweige-Gelübde abgelegt, auf das er viel, wenn er später rausbekommt, gar nicht so richtig Bock hatte. Und ich weiß nicht genau, warum man es gemacht hat, aber da hier Zirkelschluss, beide stehen offensichtlich auf Meditation und denken viel in Ruhe über sich selbst nach. Ich fand den Song halt sehr bezeichnend, der da am Ende eingespielt wird, wenn Billy Bauer, der Name ist auch irgendwie toll, wenn der dann die Augen schießt, weil da läuft dann eben so ein Song I can't take my eyes from you, glaube ich. Und am Ende, also es beginnt und endet mit geschlossenen Augen, diese Folge. Und was ich sehr interessant fand, dass am Ende rausgearbeitet wird, dass dann letzten Endes die Gesellschaft eigentlich vor dem, was da wirklich passiert ist, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, irgendwo dann auch so ein bisschen die Augen verschließt und dann so weiter ihrem Tagwerk nachgeht. Also auch bei Billy Bauer hat man richtig gemerkt, man hat auch gemerkt, dass ihn das nicht so wirklich richtig ergriffen hat mit dem Typen am Ende, weil ja, geht seinem Tagwerk weiter nach. So, Schicht ist fertig. Okay, ich meditiere mal wieder. Genau, ich fange wieder bei Tag 01 an, ja. Zwei Punkte noch zur Folge, die ich erwähnen möchte. Einmal generell, du hattest das Thema ja eben auch, sag ich mal, sowas wie soziale Gerechtigkeit angesprochen. Also wir haben sehr tolle Frauenrollen. Ich würde sagen, die wichtigsten Rollen, was so eine Entscheidungsposition angeht, haben eben hier auch auf jeden Fall mit Frauen. Das finde ich richtig gut. Das ist mir positiv aufgefallen. Also eigentlich konkret aufgefallen ist es mir vor allem bei der vor Ort, bei der lokalen Polizeichefin. Die ist einfach kompetent. Die hat offensichtlich auch schon Berufserfahrung gesammelt. Auf die hören alle und im Zweifel erteilt die auch Befehle. Fand ich saugeil. Das habe ich nicht so oft sonst wo anders auch schon gesehen. Und dann natürlich so ein bisschen die Frage Social Media und Abhängigkeit und so. Was habe ich da jetzt eigentlich Neues gesehen? Was war jetzt wirklich überraschend für mich und so? Also okay, man kann jetzt anscheinend mithören, welche Spotify-Playlisten da gehört werden. Und in dem Fall waren es eben Meditations-Playlisten und so. Ja, also ich hätte gerne einfach noch so ein, zwei, drei Ideen gesehen an Sachen, von denen ich halt noch nicht wusste, dass das jetzt die großen Firmen alle können. Also was bedeutet das dann jetzt konkret, dass ich Cookies auf meinen Geräten habe? Was bedeutet das dann jetzt konkret, dass die wissen, welche laufenden Ausgaben ich habe? Also irgendwas hätte ich da in der Richtung gerne nochmal einfach einfach noch zusätzlich gewollt, dass sie sich jetzt hier aktiv auf mein Handy schalten können. Davon hatte ich schon gehört. Man muss eigentlich die SIM-Karte rausnehmen, damit es wirklich tot ist. Also das war jetzt auch nicht so richtig krass überraschend. Denn bis zu dem Zeitpunkt hatte mir die Folge eigentlich noch sehr gut gefallen. Nur das fand ich ein bisschen komisch. Und dann, was dann im Nachhinein nochmal einen reingewirkt hat, war eigentlich wirklich der Punkt mit, wie kann er bloß diesen einen Billy Bauer jetzt für seine Misere verantwortlich machen? Da steht ja selber auf jeden Fall noch viel eher an erster Stelle. Also ich habe mich selbst probiert. Aber ganz im Ernst, ich bin auch schon ein paar Kilometer Auto gefahren in meinem Leben. Und da saß ich ganz oft noch hinterm Steuer. Und ich habe sicherlich auch in der einen oder anderen unangenehmen Situation dann doch mal geguckt, was für eine sehr spannende, komplett wichtige Nachricht ist hier auf Facebook in einer nicht weiter genannten Verteiler- und Orga-Gruppe bekommen habe. Habe ich alles schon gemacht, bin ich nicht stolz drauf und so. Und ich weiß, das ist ein Fehler, aber ich weiß, das ist mein Fehler. Und das ist nicht der Fehler von Mark Zuckerberg, der vor vielen Jahren mal Facebook gegründet hat. Deswegen konnte ich das hier in dem Zusammenhang einfach nicht gutheißen. Und ich finde es irgendwie blöd. Das hat mich vieles von der Folge nachträglich kaputt gemacht. Obwohl die eigentlich ja ganz gut inszeniert ist. Ich meine, letztlich spielt mindestens die Hälfte der ganzen Folge in diesem Auto. Und damit ist es ja quasi ein Kammerspiel. Und das ist schon mal eine Herausforderung für einen Schauspieler, da auch Emotionen drüber zu bringen. Und wie du vorhin meintest, das gelingt dem Hauptdarsteller, diesem was, was Andrew, Andy, glaube ich. Andrew Scott. Ja, sehr gut. Ja. Richtig sehr gut. Selbst dem Typen im Hintergrund, dem nehme ich seine Angst ab. Und trotzdem haben wir das kaputt gemacht. Ja, und wegen diesem dummen Anzug dachte ich auch erst, ach so, der ist aufs Lösegeld aus. Deswegen war das bei mir noch so der alte Reflex, dass ich sage, ja, der wills Lösegeld. Ja. Wieso entführst du sonst so einen Typen in so einen Anzug, dachte ich erst mal, ja. Also ich kann schon durchaus deine Kritik verstehen, Andi. Ich denke, dass es irgendwie aber auch so natürlich herausarbeiten soll, dass so jemand aus einer persönlichen Tragödie heraus irgendwie krampfig nach Antworten sucht und nach Schuldigen. Und ich muss zugeben, ich finde die Auflösung dann am Ende so ein bisschen einfach auch. Gleichzeitig musste ich aber halt daran denken, gerade jetzt sogar hier bei uns, also ich werde jetzt nicht sagen, wo ich hier wohne, aber hier gab es tatsächlich mal einen Fall, wo jemand gestorben ist wegen Pokémon Go. Und ja, der ist jetzt, also was mich gestört hat, dass man diese Smithereen-App theoretisch dann halt auch durch jede andere ersetzen kann. Ne? In dem Fall. Und was ich auch echt schwierig finde an der Folge, dass dieser Zuckerberg-Typ dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, irgendwie dann auch so fast von Schuld freigesprochen wird, weil da wird dann irgendwie gesagt, ja, mir ist das Unternehmen über den Kopf gewachsen und ich kann ja eigentlich nichts damit machen und so. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Und das hat mich, das ist wirklich Black Mirror untypisch gewesen. Und das kann ich mir eigentlich nur damit erklären, dass, naja, man muss bedenken, das ist eine Netflix-Serie. Und Netflix funktioniert ja durchaus nicht unähnlich wie, äh, diese, diese Social Media App. Also, es werden ja auch Daten erhoben und Stichwort, äh, Suchtfaktor. Naja, Netflix hat das Binge-Watching, äh, salonfähig gemacht, ne? Ja. Da ist dann so ein bisschen, man schlägt halt eben nicht die Hand, die einen füttert. Mich hat auch dieser Charakterbruch bei Topper Grace total gestört. Am Anfang wirkt er noch total motiviert und irgendwann ist es ihm dann auf einmal plötzlich egal. Egal würde ich es nicht nennen. Es ist ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Ja, aber, ja, genau. Es ist merkwürdig. Ja. Es ist merkwürdig, wie er auf einmal reagiert. Erst ist er total bemüht und dann, ja, hm, ja, okay. Dann ist es jetzt so. Da fehlen so diese Zwischenschritte in die, äh, hin zu dieser Motivation oder zu dieser Abgebrühtheit. Ja, das stimmt schon irgendwo. Also, ja, gut, die, die Abgebrühtheit, ja, obwohl er erteilt ja dann eigentlich diesen psychologischen Vorgaben da auf dem Bildschirm, erteilt er dann eigentlich eine Absage und fängt dann ja auch wirklich an, dem, dem Chris ehrlich zu erzählen, dass er sich eigentlich völlig überworfen hat mit seinem, mit seinem Projekt und dass, äh, dass das viel weiter getrieben wird. Also er erzählt ja sogar wirklich, dass ein Teil seines Konzerns wirklich nur dazu da ist, die Seite immer weiter zu optimieren und einen immer höheren Suchtfaktor zu schaffen. Und da sah ich dann völlig auch im Geiste tatsächlich so ein bisschen die Netflix-Strategie an der Stelle. Also, es ist, es ist für mich tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt problematisch, dass das hier eine Folge der Netflix-Staffel ist. Und ich finde auch, dass hier so ein bisschen das alte und das neue Black Mirror so ein bisschen aufeinanderstoßen, weil eigentlich ist diese Folge bis zu einem gewissen Punkt sehr britisch. Also sie kehrt eigentlich sehr zu den Wurzeln zurück und es ist auch bestimmt kein Zufall, dass hier eben ausgerechnet diese allererste Folge der ersten Staffel, also noch wirklich der britischen Serie, dass die hier auch referiert wird an einer Stelle. Also die mit dem Premierminister und dem Schwein. Das ist die allererste gewesen, ne? Genau. Das ist die allererste, genau. Die hat mich schon damals wirklich völlig weggehauen. Das ist ein Aspekt, den ich noch gar nicht gesehen habe, nämlich auch die Referenz dann eben zu Netflix selbst, die ja, wenn man mal auf Twitter zum Beispiel den Account ein bisschen mal genauer anschaut, ja auch überhaupt kein Problem damit haben, hier mit Binge-Watching und eben auch diesem Suchtfaktor dann letztlich Marketing zu machen. Ganz im Gegenteil, weil irgendwie hier, keine Ahnung, was, also eben mal kurz was wegbingen und so ist ja ein üblicher Sprachgebrauch, den man vielleicht inzwischen auch benutzt und der eben auch im Marketing von Netflix auftaucht. Das stimmt. Habe ich so noch gar nicht gesehen, es gibt dem Ganzen vielleicht wieder mal so einen Punkt. Ich weiß nicht, insgesamt wirkte aufgrund dieses Wechsels für mich die Quartanze Folge dann noch ein wenig schwächer. Ich möchte mich jetzt hier mal von Punktwertung eigentlich, glaube ich, ein bisschen distanzieren. Wie war denn für dich die Wahrnehmung, Dom? Die war insgesamt eigentlich relativ solide. Also ich fand die Folge durchweg spannend. Ich fand es sehr stark gespielt. Die Auflösung fand ich vielleicht ein bisschen schwierig, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Insgesamt aber durchaus etwas, was mich zum Nachdenken brachte. Und wenn ich jetzt auch so überlege, wie halt Social Media auch einbezogen wird in die Folge. Also es gibt ja diese Stelle, da muss ich jetzt auch mal die Frage an euch stellen. Hattet ihr den Eindruck, dass er, also ich muss das jetzt an dieser Stelle spoilern, Achtung, Spoiler, Disclaimer, was auch immer. Hattet ihr den Eindruck, dass er das bewusst gemacht hat, dass er gesagt hat, die Waffe ist nicht echt? Äh, nein. Nein, ich schon. Das ist das, was mich zu bezweifeln bringt bei der Frage, ob er wusste, dass sie sein Handy mithören. Ja. Weil wenn er wusste, dass sie mithören, dann war das eine absichtliche Aussage, mit der er aber, wenn er was erzielen wollte, hat er es nicht geschafft, weil ich glaube, das ist ihm trotzdem aus dem Ruder geraten. Oder er wollte in dem Moment einfach nur als spontane Reaktion ein bisschen, dass der andere runterfährt vielleicht einfach. Weil sie war ja dann echt letztendlich. Also ja, ich fand es halt sehr bezeichnend, dass er erst irgendwie auf sein Handy guckt und also sich auch einloggt auf dieser Plattform, die eher aussieht wie Twitter als wie Facebook. Und dann zudem, glaube ich, sagt, die Waffe ist nicht echt. Und dann sieht er direkt irgendwelche Social-Media-Posts, die eben darauf hindeuten. Das ist ja auch durchaus etwas, was man heutzutage bei so geiles Szenarien erlebt. Das erkennt man ja auch, dass die Polizei dann wirklich irgendwie twittert, bitte nichts irgendwie über den eigentlichen Vorfall schreiben, weil die Täter könnten ja mitlesen. Und das hat er sich dann in dem Fall dann eigentlich zunutze gemacht, fand ich. Also der wirkte durchaus sehr intelligent und abgeklärt und hat es ja eigentlich auch ziemlich genau geplant, wie er das macht. Also insgesamt fand ich die Folge tatsächlich solide. Ich fand sie schwächer als die vorherige. Das stimmt, weil das Drehbuch wirkt am Ende so ein bisschen inkonsistent auf mich. Andrew Scott macht halt sehr viel Wett für mich bei dieser Folge. Das kann ich nur sagen. Okay. Deshalb, ja, Punktewertung 3,5 von 5 würde ich tatsächlich geben. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Wie sind deine finalen Gedanken? Wir sollten uns da dann auch gleich mal noch der dritten Folge widmen. Ja, ich kann noch mal zum Thema Binge-Watchen einen netten Funfact bringen. Also die haben bei Netflix irgendwie so Socken, die den Puls messen. Wenn sie merken, du bist eingeschlafen, dann schaltet sich Netflix quasi ab. Ja, das ist wirklich total absurd, aber das treibt das Ganze noch mal auf die Spitze. Okay. Ja, gut. Ja. Ja, Socken. Und ja, ich war hin und her gerissen von der Folge. Ich fand sie, äh, ich fand sie waren nicht frei von Logikfehlern. Die Botschaft kam mit den Holzhammer. Aber Andrew Scott hat wirklich einen soliden Job gemacht. Und gerade bei dem Thema oder so hätte ich noch ein bisschen mehr Sticheleien in Hinsicht der Medien erwartet. Wenn sie schon mit der Botschaft so auf die Fresse kommen, dann können sie auch die ganzen Medien noch ein bisschen kritischer behandeln, finde ich. Mhm. Also ja, es ist eine solide Folge. Knapp schwächer als die Folge davor, weil es hat einen einfach noch weniger gegeben, obwohl es eigentlich mehr hätte bieten sollen. So gesehen haben wir alle unser kleines Skynet schon quasi auf den Geräten, also auf dem Handy und sonst wo. Und es war so ein nettes Foreshadowing von wegen, hier, ihr seid doch schon in diesem ganzen Black Mirror Universum, ihr seid ein Teil davon. Mhm. So gesehen, schon allein mit euren fucking Handys. Aber insgesamt so 2,5 Punkte würde ich dem geben. Okay. Ja, wir wollten ja keine Punkte geben. Ja, haben wir das ja eh gemacht, oder? Bei der Folge davor. Ja, wir sind ja in einer freien Welt, Jungs, alles frei und so. Ja, ja, ja. Und ganz frei waren sie auch bei der Titelwahl von Folge 3, Rachel Jack and Ashley 2. Und ehrlich gesagt, war ich ein bisschen überfordert, ne? Was genau wollten die mir sagen? Warum ist da eigentlich Cyrus vorne auf dem Cover drauf? Und, äh, oh mein Gott, wird das jetzt so schlimm, wie ich denke? Ja, und letztlich, was habe ich da eigentlich gesehen? Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber wenn ich was weiß, dann, dass das, was man da wahrscheinlich erzählen wollte, nicht hingekriegt hat. Jungs, ich fand die Folge schwach und ich tue mich auch schwer, sie zusammenzufassen. Ähm, Patrick, willst du mal einen Versuch starten? Oder Dom, du hast es noch nicht, gell? Willst du vielleicht mal versuchen, eine Inhaltsantgabe zu starten? Ja, ich kann es ja versuchen. Im Mittelpunkt der dritten Folge steht das junge Mädchen Rachel, gespielt von Angry Rice. Und da haben wir einen weiteren Zugang aus dem Marvel Cinematic Universe. In Spider-Man Homecoming war die, glaube ich, drin. Ja. Als kurze Background-Info, ich kenne die in erster Linie aus The Nice Guys von Shane Black und ich hätte sie vor einem Jahr um ein Haar mal bei einem Telefoninterview an der Strippe gehabt. Ah ja. Hat leider nicht geklappt. Genau. Sie steht jedenfalls im Mittelpunkt dieser Handlung. Sie ist eine Schülerin an einer neuen Schule, muss sich erst ein bisschen eingewöhnen. Und wir sehen von Anfang an, sie ist ein Riesenfan eines riesengroßen Popstars namens Ashley. Oh, gespielt von Miley Cyrus. Diese Ashley 2 hat relativen Erfolg und bringt einen neuen Fanartikel raus. Die sogenannte Ashley 2. Das ist ein kleiner Roboter, der eine künstliche Intelligenz hat und ja, letzten Endes dazu da ist, der Fangemeinde von Morgens des Abends die Musik vorzutrellern und ihnen zu sagen, wie toll doch alles ist und dass sie nur an sich glauben müssen, damit sie alles erreichen. Also so richtig schön. Disney-Style. Ja. Und ja, die Folge handelt dann davon, wie sie zum einen ein Stück weit immer mehr abhängiger wird von den virtuellen Einflüsterungen dieses Dings und parallel wird die Geschichte der echten Ashley erzählt, die erstaunliche Parallelen zu Miley Cyrus hat. Ja. Hat sie die denn jetzt wirklich? Mal ehrlich, ist es einfach nur eine, weil die, also andersrum, sind die denn nur die offensichtlichen, weil sie jetzt eben halt in knappen Klamotten Pop-Songs macht, die alle gleich klingen und dabei getanzt sie ganz toll und hat tausende von Fans oder ist es eigentlich deshalb eine Parallele, die du als großer Miley Cyrus Fan natürlich erkennst, weil sie halt ja eigentlich ein total tiefsinniger Mensch ist, der auch Botschaften rüberbringen will und der auch leidet und so. Wo genau sind jetzt eigentlich die Parallelen? Naja, es ist ja schon relatives Metacasting erstmal, dass man sie hier besetzt hat. Dann hat Miley Cyrus auch, habe ich heute oder gestern noch gelesen, dass tatsächlich ein Teil davon auch auf ihrer Karriere basiert, also auch so ihren Krisen. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass es wirklich mal eine Situation gegeben hat, wo sie sich irgendwie völlig verbarrikadiert hat vor einem öffentlichen Auftritt und ihr Vater, also Billy Ray Cyrus, dass der tatsächlich eine Tür eintreten musste, um zu ihr zu gelangen. Eine ähnliche Szene haben wir auch in dieser Folge und es ist natürlich auch so diese Dualität, mit der hier gespielt wird. Also man weiß ja, dass Miley Cyrus groß geworden ist durch Hannah Montana von Disney. Da führt sie ja so gesehen eigentlich auch schon ein Doppelleben. Und hier ist es dann insofern interessant, dass sie mit dieser Ashley O. Rolle, die sie dann ausfüllt, dass sie dann darüber letzten Endes dann auch wahrgenommen wird. Und dass dann eben so ihre andere Seite, also es ist eben halt die Frage, wie viel von Miley Cyrus steckt jetzt wirklich in dieser Rolle drin und in welcher Rolle? Das ist die Frage, so ein bisschen. Weil ich meine, es ist ja schon so, wir Miley Cyrus-Fans wissen, dass die ja eigentlich nur von ihrem Management ausgenutzt wird. Eigentlich ist es ja eine von uns, glaube ich. Und eigentlich will die ja nur gute Musik machen und ihren Fans rumchillen und so und mal cool im Rockclub spielen eigentlich. Ja. Und ehrlich gesagt fühle ich mich als Black Mirror-Zuschauer jetzt vielleicht auch ein bisschen benutzt irgendwie nach der Folge. Also jetzt mal hier Real Talk und so. Also ganz ehrlich, das ist schon so ein bisschen auch eine große Promo-Veranstaltung für die Miley. Ich denke schon, dass die bestimmt mal eine coole Sau ist und dass man mit der bestimmt auch mal coole Worte wechseln kann. Ich kenne die Dame leider überhaupt nicht, weder musikalisch noch privat. Ja, die ist auch eine ziemliche Skandalnudel inzwischen. Es mag ja alles PR sein, insofern kann ich das gar nicht kommentieren. aber das hier ist doch genau dasselbe auch. Ja, also oder andersrum, ist denn genug zweite und vielleicht sogar dritte Ebene da, um ihr irgendwie dann doch noch mehr abzugewinnen? Ich meine, okay, sie wird hier benutzt, weil sie sich verkaufen muss und mit der Miley 2 müssen die Fans ausgenommen werden und so. Andererseits wird es ja auch sehr offen angesprochen. Es wird kein Hehl draus gemacht, wie vielleicht eben auch Dinge verkauft werden müssen und so. Also ich bin auch so hin und her gerissen, wie real ich das jetzt finde. Vor allem auch diese offensichtlich mit der Brachialseite präsentierte zweite Ebene. Also, dass es jetzt eine reine Promo-Veranstaltung ist, würde ich gar nicht mal so mitgehen, weil wenn du mal so drauf achtest, die Ashley O. Variante von ihr siehst du eigentlich immer nur in diesen Videos. Du siehst zum Beispiel keine Bühnenauftritte von ihr in der ganzen Folge. Bis auf das Ende, was wirklich problematisch ist. Und ansonsten siehst du Miley Cyrus eigentlich noch relativ, ja, weiß ich nicht, sie wird von Medikamenten zusammengehalten, irgendwie Antidepressiva, die sie dann auch irgendwie nicht nimmt und so weiter und so fort. Und ihr ganzes Management wird natürlich auch als sehr, ja, kontrollierend dargestellt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das ist auch noch eine Verwandte von ihr, die sie so... Genau, ja, das ist ihre Tante, glaube ich, die gleichzeitig ihre Managerin ist. Das ist natürlich dann auch wieder so ein typisches Merkmal, was man so kennt aus der Musikindustrie. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass, glaube ich, mal, wenn den überhaupt noch irgendjemand kennt, den Bruder von Nick Carter, von den Backstreet Boys, Aaron Carter, der hatte auch seine eigene Mutter als Managerin und hat sie irgendwann verklagt. Muss man sich halt auch mal reinziehen, seine eigene Mutter verklagen. Von der Klage wusste ich nichts, aber Aaron Carter, den kenne ich natürlich. Ja. So 90er-Kinder, die kennen den noch, oder? Ja, genau. Ey, google den mal, Alter, der sieht ja echt voll böse aus inzwischen. Und zwar wirklich im negativen Sinne. Der ist mein Jahrgang. Ja, der ist so ein Justin Bieber 1.0 gewesen, würde ich sagen. Ja. Gewesen in jünger und inzwischen sieht er aus wie ein absoluter Crack-Junkie. Boah, junger Junge. Ey, das sieht echt so ein bisschen aus wie der Fall von Edward Furlong. Ist das hier der Kevin Alleyne zu Haus? Nee, das war der aus Terminator 2, der John Connor. Ja. Oder auch aus American History X. Genau. Alles klar, danke. Wer auch ein richtig krasses Beispiel ist für einen abgestürzten Kinderstar, ist zum Beispiel hier Jack Lloyd aus Star Wars Episode I, Anakin Skywalker. Ja, das hab ich gesehen. Ja. Der soll ja mittlerweile paranoide Schizophrenie haben. Mhm. Und ja, richtig gemeingefährlich sein. Aber also, ich finde schon, dass es interessantes Casting ist von Miley Cyrus. Es ist ein Metacasting. Und ja, weiß ich nicht, vielleicht will sie auch irgendwie ein bisschen abbrechen mit ihrer Vergangenheit hier in dieser Rolle. Es geht aber tatsächlich trotzdem nicht auf, weil das Ende eine Katastrophe ist in meinen Augen. Also, die ersten zwei Drittel dieses Films fand ich, das kann ich jetzt wirklich sagen, fand ich durchaus interessant. Von ihr auch gut gespielt tatsächlich. Und es waren viele nette Ideen drin, vor allem auch teilweise richtig fiese Ideen, wenn es um diese Tante geht. Aber das Ende ist eine absolute Katastrophe. Und du hast auch gesagt, es ist eine Schande, dass gerade in dieser Folge so viele Easter Eggs auf vergangene Black Mirror-Folgen eingestreut wurden. Ich verweise nur an dieses Gerät, wo ja quasi ihr Geist so ein bisschen kompensiert ist. Das erinnert sehr an diese Folge White Christmas, wo dann auch quasi so dieser Geist von den Menschen in so einem kleinen elektronischen Roboter quasi konserviert wurde. Das müssen wir ja auch noch anmerken, dass es dann irgendwann so ein bisschen, ja, ist es eine Wende? Ich weiß nicht. Es kommt irgendwann raus, dass in diesen Ashley Toos, also diesen Robotern, diesen Fanartikeln, dass da letzten Endes ihr ganzer Verstand reinkopiert wurde und dann mit so einem Limiter eben im Zaum gehalten wurde. Da kann man halt auch wieder dann so auf der Meta-Ebene sehen, sie wird halt eingesperrt. Und das ist auch so ein Motiv, was so generell sehr präsent ist eigentlich in dieser Folge, dieses Eingesperrtsein und sich befreien. Ja, es funktioniert aber tatsächlich nur für ihren Charakter. Was ich vor allem für ein richtiges Problem mit dieser Folge habe, der eigentliche Hauptcharakter, diese Rachel, ist mega schwach geschrieben. Und langweilig vor allem. Und mega austauschbar. Also richtig. Und das ist schade, weil Angry Rises eigentlich kann eigentlich was. Und ich habe mir dann die ganze Zeit diese Frage gestellt, weil das Ganze dreht sich ja dann auch so ein bisschen um den Konflikt zwischen ihr und ihrer Schwester. Habt ihr euch nicht auch gefragt, warum die in einem Zimmer wohnen? Ja, weil da kein Geld da ist. Die teilen sich halt ein Zimmer. Ich habe auch früher mit meinem Bruder das Zimmer geteilt. Ich muss mir auch mit meiner Ehefrau ein Schlafzimmer teilen. Ja, du Armer. Ja, ich vermute jetzt einfach mal, dass es irgendwie den Kontrast zwischen denen halt noch stärker irgendwie darstellen sollte. Aber das fand ich ein bisschen merkwürdig. Weil die Schwester ist halt so total das Gegenteil von ihr und halt total edgy und so. Und will mit der ganzen Konsumscheiße nichts zu tun haben. Ja, und der Vater, also das ist vielleicht mit das überzeichnete und seltsamste an dieser Folge, weil die fahren die ganze Zeit, diese Familie fährt die ganze Zeit mit so einem Mausmobil rum, weil der Vater irgendwie Schädlingsbekämpfer ist. Ich habe dieses Auto gesehen, man sieht es ja relativ früh, glaube ich. und ich fand es saugeil. Ich fand es echt richtig cool. Das gibt es zum Beispiel einen Monster Truck, der sieht dem sehr ähnlich. Oder vergleichbare, also diese Hundeautos habe ich schon x-mal irgendwo gesehen. Ich fand das saugeil. Ja klar müssen sich die coolen Kids ein bisschen dafür schämen, wenn der Papa sie mit dem Auto abholt. Aber im gleichen Moment, beziehungsweise am Ende des Films, gibt es dann plötzlich eine Verfolgungsjagd mit diesem Auto. Und das wiederum fand ich kacke. Wie sie natürlich nicht Auto fahren kann, wie sie natürlich irgendwelche Böller umfährt, wie sie natürlich dann überfordert ist und alle schreien und eh. Das war mir echt zu Teenie-mäßig. Das fand ich eher wieder doof dann. Aber ich fand das Auto cool. Es hätte Lupen rein aus einem Disney, Hannah Montana, wo man stammen kann. Also allein schon, dass dieser Autoverfolgungsjagd, glaube ich, auch mit einem Song von ihr dann unterlegt war. Generell, die Musik ist ja wirklich einfach nur schrecklich in diesem Film. Also die sollen natürlich dann auch irgendwie schrecklich sein, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Also es ist eine ganz, ganz merkwürdige Folge tatsächlich. Weil die hat viele gute Ansätze, finde ich. Für mich ist das die schwächste Black Mirror-Folge überhaupt. Das kann ich schon mal anteasern. Ja, ich finde die mit dem Wahlkampf und diesem Waldo-Moment, die fand ich ehrlich gesagt noch schwächer, wenn ich ehrlich bin. Aber was an der hier halt so verheerend ist, es wäre ja durchaus cool gewesen, mit Miley Cyrus Metacasting hier so die Disney-Formel zu unterwandern. Stattdessen erliegt die Folge am Ende dieser Disney-Formel. Und was noch viel schlimmer ist, die ganze Medienkritik ist am Ende, oder Technikkritik, von wegen, dass man jetzt mittlerweile den Verstand von jemandem irgendwo reinpflanzt und ihn dadurch dann möglicherweise dann auch irgendwann ersetzen kann. Das geht alles komplett verloren. Und es ist so wahnsinnig schade, weil ich fand dieses Wortspiel mit Ashley 2 zum Beispiel eigentlich auch ziemlich clever, weil Ashley 2 kann ja zum einen Ashley 2 heißen, aber zum einen 2, also es wird ja nicht wie englisches 2 geschrieben, sondern mit 2 O. Das kann so viel heißen wie, ja, dadurch wirst du auch zu Ashley. Ashley 2. Das fand ich zum Beispiel recht clever an der Sache. Was für mich aber halt richtig verheerend ist, dass irgendwann dieser Umstand, dass eben diese Puppe existiert und einen eigenen Verstand hat und auch eigene Entscheidungen trifft, dass das irgendwann überhaupt nicht mehr hinterfragt wird. Im Gegenteil. Ja, und vor allem auch eigentlich irrelevant ist. Also die Puppe hat eigentlich, klar, die genannten Punkte sind relevant irgendwie, aber ob die jetzt schlau ist oder nicht, also letztlich hätte man genauso gut einfach auch die geheime Adresse irgendwo in dem Code versteckt haben können. Und damit wäre der eigentliche Zweck, den dieses Gadget, diese Puppe zu erfüllen hat, nämlich die später dann zu Ashley zu bringen, wäre dann auch gelöst gewesen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eher damit gerechnet, dass, also es liegt ja im Koma, das wollen wir an der Stelle verraten, ich das einfach mal ganz klar hart, Ashley Cole liegt im Koma. Ich habe eher damit gerechnet, dass man ihren Geist aus der Puppe entfernen muss und sie wieder in ihren Geist einpflanzen muss. Das gelöschte Gehör. Sowas zum Beispiel. Oder dass sie in einem Cyborg-Körper plötzlich die neue Ashley wird oder so. Ich habe eher damit gerechnet und ich weiß noch nicht genau, aber ich glaube, ich bin eigentlich zufrieden, dass es das nicht geworden ist. Ja, das wäre auch, glaube ich, zu, ja gut, das wäre eher dann auch Black Mirror gewesen. Das wäre dann ja schon wirklich so, also es sind ja durchaus transhumanistische Ansätze in dem Ganzen. Aber es wird einfach nicht so, allein schon, wie das so beiseite gewischt wird, dann mit dem, also wie sie den Verstand von dieser Ashley 2 dann einfach freisetzen, indem sie einfach diesen Limiter auf ihrem Computer löschen. Also einfach so anschließen, ja, da ist der Limiter, gehen wir mal auf die Lead. So, und jetzt haben wir die Büchse der Pandora geöffnet. Also das war. Das ist eine Welt ohne Hacker. Ja. Diese Black Mirror Welt ist eine Welt ohne Hacker. in einer echten Welt, wäre die schon x-mal irgendwo angestöpselt worden und die hätte schon ganz andere Gimmings drauf. Also, na gut. Ja, es ist, äh, keine Ahnung. Also das, man muss sagen, die Folge hat ja durchaus schöne, durchaus dann auch richtig schön fiese Ansätze, weil, also was wir ja kurz erwähnen müssen, sie wird dann irgendwann von ihrer Tante, die halt so langsam, weil sicher ihre Moneten da hinspimmen sieht, wird sie in ein künstliches Koma versetzt und sie schaffen es dann aber irgendwie, ihr durch neueste Technologie schaffen die es, ihr neue Songs, die sie halt für ein weiteres Album benötigen und damit halt ihr Einkommen zu sichern, sie, sie schaffen es, die ihr aus dem Gehirn abzuzapfen. Also die wird wirklich ausgepresst wie so eine Zitrone auf kreativer Ebene. Schwierig, oder? Ist echt schwierig, also. Ja, aber auch, das fällt mir schwer jetzt, ich meine, das zu erklären und so. Also okay, du hast vielleicht eine Melodie im Kopf und ich erwische mich auch immer dabei, dass ich immer dieselben Sachen trommel und so, aber ob das so funktioniert, dann weiß ich nicht. Muss man schon ganz schön viel schlucken irgendwie. Ich fand die Idee halt irgendwie ziemlich, äh, passend tatsächlich. Vor allem, es heißt ja auch, das Gehirn arbeitet ja weiter, während jemand im Koma liegt, so ist es ja nicht. Aber dass sie da jetzt irgendwie ganze Lieder komponiert, das ist natürlich schon ein bisschen, äh, ja, das muss man irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen, ein bisschen schlucken an der Stelle. Also letzten Endes dient das Ganze ja dann auch so ein bisschen einer Satire auf diese Unterhaltungsindustrie. Und, ähm, ich fand's durchaus clever, wie das dann verkauft wird, also wie, wie die Tante dann irgendwie auch verkauft. Ach ja, ich traue ja um sie. Und, äh, wir haben dann aber die Möglichkeit gefunden, die Songs aus ihrem Kopf abzusaugen. Und, äh, ich fühle mich jetzt irgendwie verpflichtet, das, das zu veröffentlichen, weil sie hätte das auch so gewollt. Ich musste dann auch so einen Moment tatsächlich mal an Michael Jackson oder so denken. Ne? Ja. Also, wie sie dann auch bei der Präsentation sagt, ja, ihr könnt die Handys jetzt weglegen. Wir haben eine riesige Projektion von ihr. Jeder kann sie jetzt x-beliebig projizieren. Ja, was ich total doof fand mit dem, äh, als ob man, also, also bitte, wenn du in so einem Konzert bist, ja, und dann so ein riesiges Hologramm da steht, da legst du doch nicht dein Handy weg. Da holst du es erst recht raus. Ja. Weil ich meine, wo siehst du denn mal so ein Hologramm? Also, das, das können wir ja auch nochmal sagen, gegen Ende des Films, wird, wird ein Konzert aufgeführt, wo dann, äh, ein, ein digitales Abbild von Ashley erschaffen wird, via, ich glaube, Motion Capturing ist das letzten Endes. Und die wird dann auch gigantisch vergrößert. Ja, das fände ich sogar noch lustig, wie dann einer via Motion Capturing so versucht hat, ihre Bewegungen zu imitieren. Und jetzt mal die Parallele zur Folge 1. Stellt euch vor, die gäbe es dann auch in der Virtual Reality. Oh Gott. Oh yeah. Miley Cyrus, ja, ja. Okay. Nur so eine Idee. Entschuldigung. Oh Gott. Ab hier bitte rausschneiden. Ja. Ja, aber es fällt mir jetzt noch relativ schwer, da ganz viele schlauen Sachen gerade zu dieser Folge zu sagen. Warum, warum wirkt die denn jetzt eigentlich so negativ? Was ist das denn? Sind wir schon mit so einer Antipathie da reingegangen, eben weil die Miley da jetzt mitspielt? Nö. Ja, ich war da schon so ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir dann so gedacht, also ich, ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass es ein richtiges Metacasting ist und dass die Folge damit spielen wird und das hat sie meines Erachtens auch über weite Strecken getan, aber sie verfährt sich gegen Ende katastrophal, einfach in ihrer Botschaft. Mhm. Das finde ich so schlimm und das Ende wirkt auch irgendwie so als, ich weiß nicht, da sehe ich dann irgendwie auch so die Vorgaben an Netflix und da stelle ich mir dann halt auch so die Frage, weil es wird ja hier gesagt, dass letzten Endes Miley Cyrus so, oder halt dieser Ashley O., dass die halt total kontrolliert wird durch ihr Management und dass die halt sehr viel vorgeschrieben haben und da stelle ich mir jetzt die Frage, hat das Management von Miley Cyrus, Netflix und Charlie Brooker irgendwie Ansagen gemacht, weil insbesondere das Ende wirkte so auf mich, weil am Ende, weiß ich nicht, sehen wir da letzten Endes ein Miley Cyrus Konzert, mehr oder weniger und keine Ahnung, das wirkte so richtig so, ja, Miley spielt in dem Scheißfilm mit, aber es gibt die und die Vorgaben und am Ende muss dieses Konzert kommen. Ja. Vor allem da, die Entwicklung, uh, sie darf jetzt auch endlich das singen, was sie will, Rocksongs, das ist so, oh Gott, das ist wirklich so scheiße. Wäre doch geil gewesen, wenn es wirklich so was wie Volksmusik gewesen wäre oder sowas, weißt du? Ich meine, das ist gar nicht so lustig, wie es klingt. Vielleicht bevor es für irgendwas abwegig ist, sie will Jazzpianistin werden oder sie will jetzt keine, irgendwie sowas, das wäre doch geil gewesen, aber natürlich sind es Rocksongs, natürlich. Ne, aber du siehst da lustigerweise wirklich so extrem die Parallelen, und man kann das im Prinzip auch als die Story sehen, wie Miley sich von Disney distanzieren will und da haben sie sich ja wirklich so gesehen, alle Disney-Stars irgendwie mit Drogen zugepumpt, dass sie dann irgendwie von Disney losgekommen sind, damit sie da nicht mehr diese Kindervorbilder sein können und da wurde sie quasi mit Drogen zwangskummatös behandelt. Was ich halt so verheerend finde, einfach am Ende, dass hier dann auch so eine Pseudo-Anarcho-Botschaft irgendwie ausgesendet wird. Also von wegen, ich mache jetzt Geld damit, indem ich sage, mir ist Geld scheißegal. Also hier wird Konsumkritik geübt, mit Konsumkritik, die sich aber letzten Endes dem Kommerz eigentlich verschreibt. Das ist schon wieder dasselbe wie Netflix übt auf einmal Kritik an Netflix aus. Irgendwie passt das nicht. Ja, und in der Hinsicht ist es dann hier tatsächlich wirklich problematisch vielleicht dann, dass Netflix Black Mirror übernommen und weitergeführt hat, weil, ja, keine Ahnung, das, ach, das, was ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm fand, dass dann diese Ashley Too dann da plötzlich irgendwie mittanzt. Das ist irgendwie völlig in Ordnung, dass die, dass die existiert. Es wird nicht mehr hinterfragt und, komm, das muss ich jetzt einfach spoilern. Also irgendwann geht es ja darum, dass diese beiden Schwestern zusammen mit Ashley Too Miley Cyrus befreien müssen aus ihrem Haus, wo sie da komatös eingestellt wird und ausgepresst wird. Und dann stellt sich aber irgendwann raus, dass diese Ashley Too, also die jetzt über den vollen Verstand von Miley Cyrus verfügt, dass sie die umbringen wollte. Suizid 2.0. Genau, und das wird überhaupt nicht hinterfragt. Ja, vor allem, es wird so, es wird so runtergespielt, so, oh, ja, sie ist ja doch nicht tot. Yippie. Dann war es ja doch ganz gut, dass ich das gemacht habe. Und auch wie irgendwie Miley Cyrus sich anfängt mit der zu unterhalten und dann mit der irgendwie so auf einer Wellenlänge ist, als ob sie ihre beste Freundin wäre und das, ah, das ist so, das ist so richtige Disney-Scheiße da gewesen. Ja. Und generell verläuft sich der Film dann auch sehr in billiger Comedy zwischendurch. Also man merkt dann auch am Ende, warum es überhaupt diesen komischen Schädlingsbekämpfungsplot gibt, der eigentlich nirgendwo hinführt. Und ich, ich hab mir so die ganze Zeit die Frage gestellt, wie hätte eigentlich diese Folge ausgesehen, aus der Sicht der anderen Schwester? Mhm. Weil die war eigentlich der sehr viel interessantere Charakter. Weil Angry Rice, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine wahnsinnig dröge, naive Figur, die gegen Ende wirklich unerträglich ist in diesem Film mit ihrem, weißt du, die flüchten da irgendwie aus diesem Haus mit der, mit der halbkommatösen Miley Cyrus. Hä, wer seid ihr? Oh, ich bin dein größter Fan. Ja, das ist so, boah. Und dass da noch nicht mal Securities waren. Einer war doch, einer war da. Die hat sie ausgeschaut. Ja, wunderbar, aber... Der auch sofort reinfällt auf diese Schädlingsbekämpfung-Scheiße. Genau. Das meine ich. Solche Stars sind doch normalerweise umringt von Bergen an Securities. Und die knocken das so aus, wirklich wie in der größten Disney-Scheiße. Und dann haben die noch zu dieser Gesellschaftskritik wirklich diese billige Autoverfolgungsjagd, wo du wirklich vorkommst, als würdest du Sonntagnachmittag den Disney-Channel schauen und irgendwie einen Hannah Montana-Film sehen und da steht zufällig Black Mirror drauf, als hätte man da das Tape vertauscht. Nur dass anstatt in einem Kino mal ein Kind aus Versehen Horrorfilm gesehen hat, dass wir dann aus Versehen einen Miley Cyrus-Film gesehen haben. Helft mir noch mal kurz auf die Sprünge. Einen Punkt habe ich jetzt nicht verstanden. Vielleicht auch jetzt mal langsam dann zum Schluss auch von unserer Besprechung. Da gibt es ja nun nicht nur diese Eile, eine Ashley 2. Es gibt ja Dutzend Ashley 2. Es ist ja ein Spielzeug, wie das du wie den Furby kaufen kannst. Und am Ende des Films wird irgendwann gesagt, dass die Ashley 2s eingeschmolzen werden mussten oder kaputt gemacht oder hast du nicht gesehen. Aber das glaube ich nicht, dass die jetzt wirklich alle kaputt sind. Also ich meine, okay, da sind die Lagerbestände leergeräumt worden, aber da gibt es auch noch x Leute, Sammler, hast du nicht gesehen, die alle diese Dinger daheim stehen haben und die gehen für ein Riesengeld bei Ebay und Co. weg. Ich habe das nicht verstanden. Warum waren da nicht noch viel mehr von diesen Ashley 2s? Es wäre doch viel logischer, also logischer, gleichzeitig aber auch absurder, trashiger und irgendwie auch spannender gewesen. Stell dir vor, vor diesem Haus, wo diese Koma-Ashley liegt, ist plötzlich eine Armee an Ashley 2s, die alle mit ihren kleinen Winkelärmchen auf dieses Haus zu fahren. Das hätte ich viel cooler gefunden. Ja, obwohl das ja im Plot erklärt wurde. Es wird ja, also sie sagen dann ja irgendwann, also hier die Tante, die haben die aus dem Verkauf genommen. Es wurde vorgegeben, dass da eben ein Problem ist mit dem Akku und sie brauchten eben diese ganzen Voice-Aufnahmen, um dann diese Ashley Eternal oder auch diese Songs eben zu kreieren mit ihrer Stimme. Darum ging das wohl. Wobei ich das auch ein bisschen weit hergeholt fand. Da hätte eine Kopie nicht gereicht, ne? Ja, keine Ahnung. Ich hab ... Okay, wollen wir es nicht wieder fragen? Ich hab mir das am Anfang auch vorgestellt, wie so Horcruxe, dass jedes von diesen Geräten irgendwie so ein Stück von dir absorbiert und das dann am Schluss wirklich so eine leblose, zombiehafte Hülle ist. Das wäre interessant gewesen, tatsächlich. Das wäre also ... Diese Folge, ich finde sie wahnsinnig zwiespältig, tatsächlich. Und nach hinten raus richtig, richtig, richtig ärgerlich. Ja. Aber, dass die jetzt total missraten ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Dafür trischst du schon ein bisschen ein. Nun gut, sie ist zumindest nicht auf dem Level, das wir erwartet haben, glaube ich. Das kann man irgendwie ... Leider hat das ein bisschen für die ganze Staffel auch sagen. Ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ich hab vor allem die richtig guten Folgen in Erinnerung. Ich hab jetzt hier gerade zuletzt, als ich bei IMDb mal die Fotos durchgegangen bin, da gab es diese Folge mit der Schauspielerin, die bei Black Panther die Schwester spielt, wo sie in diesem Museum ist. Ja. Ich glaub, Black Museum oder so heißt sogar die Folge. Mit drei Mini-Episoden quasi da drin. Die fand ich allesamt interessanter, als das, was mir hier gezeigt worden ist. Wobei die erste Folge per se schon echt gut ist. Also es ist eine richtig gute Folge, diese Virtual Reality, die wir entdecken uns, unsere Sexualität neue Folge. Ist schon ganz cool, aber nicht so spektakulär und exorbitant fantastisch, wie das, was ich irgendwie erwartet habe. Und nichtsdestotrotz ist Black Mirror eine Folge, eine Serie, die ich weiterhin empfehlen würde. Ich hab auch noch lange nicht alle Folgen gesehen und würde die zum Beispiel eben auch für so einen Abend empfehlen, wo man vielleicht sich mit Kumpels danach nochmal unterhalten will oder erst mal so ein, zwei Stunden abschalten möchte. Dafür finde ich die saugeil, gerade wenn man so ein bisschen ja techy ist, ein bisschen tech-interessiert ist. Wer abends beim Bier oder in der Kneipe mit seinen Freunden auch mal sich darüber unterhält, wie er eigentlich das neueste Smartphone findet oder warum Virtual Reality oder E-Books total geiler Scheiß sind, der sollte auf jeden Fall auch mal bei Black Mirror reingeguckt haben. Wobei ich diesen Leuten die Serie wahrscheinlich eh nicht mehr empfehlen muss. Aber insgesamt gehe ich ein bisschen sehr ernüchtert aus der fünften Staffel raus. Wollt ihr nochmal ein Kurzfazit geben? Ja, Patrick, ich lasse dir den Vortritt. Ja, ich hab mir vom, durch den Trailer eine deutlich abgedrehtere Staffel erhofft. Und dann haben wir was ziemlich geradliniges Ernüchterndes bekommen. Wir meckern wieder auf einem hohen Niveau, aber für mich war das bisher, wie ich schon erwähnt habe, die schlechteste Staffel. Es wirkte von den Drehbüchern nicht mehr ganz so vierschichtig, clever und durchdacht. Gerade bei der dritten Folge, das hätte ich mir von dem alten Charlie Broker gewünscht, was da für alle metamäßige gesellschaftskritische Ansätze dargefallen wären. Das hätte mich interessiert. Aber wir haben auch an der Staffel 4 bei Krokodil gesehen. Er hat noch diese richtig düsteren Folgen drauf. Und ich denke, wir kriegen auch wieder was Düsteres. Wir haben jetzt diesmal auch wieder eine verkürzte Staffel bekommen. Und wenn du da schon wieder zwei so mittelmäßige Folgen hast, dann fällt das eben schwerer ins Gewicht. Ist halt so. Ja, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, bei Staffel 4 gab es sechs Folgen, glaube ich. Bei Staffel 3 und 4 gab es sechs Folgen. Genau. Obwohl das auch schon ungewöhnlich war für die Serie, weil die allererste Staffel hatte auch drei Folgen. Und man muss sagen, dass mich diese Staffel tatsächlich auch sehr an die erste erinnert hat, ohne natürlich an deren Qualität heranzureichen. Ja. Also die zweite Episode habe ich so ein bisschen als Rückkehr zu den Wurzeln gesehen an einigen Stellen. halt schon durch das britische Setting. Ja, ich finde es tatsächlich wirklich sehr bezeichnend, weil diese zweite Staffel ist eigentlich so das Bindeglied zwischen dem alten und dem neuen Black Mirror. Das habe ich ja schon vorhin gesagt. Und du spürst, man muss sagen, man spürt bei dieser Staffel schon sehr den Netflix-Einfluss. Oh ja. So im Guten wie im Schlechten tatsächlich. Ja, ich hoffe eben, dass Black Mirror noch mal ein bisschen mehr Gedankenstöße bringt, weil dieses Mal war es wirklich vieles, wo du, was du eben schon wusstest, nur ein bisschen anders verpackt. Da hat ein bisschen diese Bissigkeit gefehlt. Ja, das stimmt schon. Also ich frage mich halt auch echt, was mit Charlie Brooker schiefgelaufen ist bei Folge 3. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass dem irgendwie auch wohl ziemlich reingequatscht wurde. Sowohl vielleicht von Netflix als auch von Miley Cyrus Management, was auch immer. Was ja dann, also das muss ich zugeben, das finde ich ja da interessant, dass, also wenn das wirklich so sein sollte, dann hat das ja eigentlich in dieser dritten Folge eine Meta-Ebene aufgemacht, die ja eigentlich gar nicht beabsichtigt ist. Ja. Ne? Und wer Conner gesehen hat, weiß ja, es heißt nicht umsonst, Cyrus, der Virus. Hatten wir denn jetzt eigentlich zu Folge 3, haben wir da jetzt Bewertungen rausgehauen? Oder spart ihr euch die? Nö, hatten wir noch nicht. Ja, ich bin da eher so ja generell zurückhaltender, wie er merkt. Ich habe ja schon gesagt, es war für mich die schlechteste Folge, diese von dir kritisierte Waldo-Folge, die hatte zumindest noch diesen gesellschaftskritischen Ansatz, dass man lieber irgendeine verdammte Cartoon-Figur wählen würde, als die schwachmagenen Politiker, die da rumlaufen. Ja, hier ist ja durchaus auch ein medienkritischer Ansatz. Und es wird ja, also es ist ja schon Mediensatire vorhanden, so ist es nicht. Nur am Ende fällt die sich selber zum Opfer tatsächlich. Also hier ist auch Technikkritik und so weiter drin, wobei ich Charlie Brooker wirklich mal eins ankreiden muss, diese Idee, dass jemandes Verstand in irgendwas reingepflanzt wird, das ist hier richtig ausgelutscht gewesen. Also das hat er wirklich einmal zu oft gemacht und ich würde dafür plädieren, also Black Mirror kann gerne weitergehen, aber ich würde dafür plädieren, dass er sich tatsächlich mal andere Autoren mit ins Boot holt. Oh ja. Warum macht er das nicht? Weil es halt wahrscheinlich so sein Baby ist, denke ich mal. Und der ist wohl auch, ich könnte mir vorstellen, dass der auch ein recht eigenwilliger Typ ist, der sehr klar seine Vision durchbringen will. Ich weiß nicht, ob er dann jetzt bei dieser Staffel dann letzten Endes ein bisschen gebrochen wurde, weil ihm reingeredet wurde von Netflix. Mhm, okay. Ja. Also insgesamt finde ich, ich weiß nicht, ich finde diesen Shitstorm um diese Staffel ist ehrlich gesagt übertrieben und es wirkt auch so ein bisschen kalkuliert durch die Miley Cyrus-Beteiligung. Die Kritik an der Staffel ist in Teilen legitim, sie ist aber wieder überzogen. Es ist so ein Post-Game-of-Thrones-Phänomen tatsächlich mit dieser Staffel, habe ich das Gefühl. Ein Post-Game-of-Thrones-Phänomen, die Leute wollen auf was rumhacken. Ja. Ja, so ein bisschen tatsächlich. Und weiß nicht, vielleicht hatten sich manche auch schon so innerlich drauf vorbereitet, Miley Cyrus, ja, das kann ja nur scheiße werden. Mhm. Weil ich fand das durchaus spannend tatsächlich, dass man sie gecastet hat, unabhängig davon, was man jetzt von ihr als Künstlerin halten mag. Ja. Ja, also, wenn Dominik Geburtstag hat, schenken wir einen Wrecking-Ball-Poster. Nein. Wir schenken ihm einen Wrecking-Ball. Ja. Alles klar, Jungs. Gut, dass wir das besprochen haben. Ja. Aber es war mal eine wahre Freude. Wir haben uns hier, glaube ich, wie das typisch ist für den Telestammtisch, einfach mal ganz frei ausgetauscht und dabei habe vor allem, ich glaube ich, nicht immer sinnvoll aneinandergereihte Sätze formuliert, aber hey, ich habe es zumindest versucht, denn wir sind ja auch übrigens ein Stammtisch, steht schon im Namen, der Telestammtisch. Und ich glaube auch, so richtig ist das Konzept noch nicht so ganz klar da draußen. Wir machen den Spaß, jetzt hätte zwischen drei Jahren gibt es einen Telestammtisch schon und die Filmkritiken seit circa einem halben Jahr in der Form. Und wir sind auch ja letztlich ein ja Internetstammtisch. Das heißt also, wir quatschen mal drauf los über Themen, die uns bewegen, über die wir sprechen wollen. Und das war in dem Fall eben die fünfte Staffel von Black Mirror. Das sind manchmal Filme, das ist manchmal aber auch was ganz anderes. Es geht mal um Comics und ja, manchmal irgendwie auch um gar nichts. Aber trotzdem wollen wir uns hier regelmäßig treffen und machen wir ja letztlich auch mit ganz schön viel Material und viel Output. Und auch die heutige Runde war nicht nur einfach nur drauf losgesabbelt. Nein, ich fand das irgendwie ganz fluffig, muss ich sagen. Und vor allem auch erhellend in einem gewissen Rahmen, weil ihr mir noch ein paar Sachen erklären konntet und eben ja auch noch Hinweise geben konntet, was zum Beispiel für Verweise auf andere Folgen von Black Mirror hier an dieser fünften Staffel gesteckt haben. Jo, Jungs, ich danke euch vielmals und hoffe, dass wir das zeitnah in irgendeiner ähnlichen Form wiederholen können. Gerne. Arrivederci. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.